Musik. Ja, weee. Ja, weee. Why, aber... Ja, weee. So bleibt gut beat fetzen. Nichts gut beat, ich chill hier so lange, bis die ganzen süßen Zaubererfreunde da sind. Zaubererfreunde. Ich bin im Gemeinschaftsraum der Slytherin. Ugli. Nicht ugli. Oh Gott. Oh Gott. Medium Pille, danke für die WeSter im 30. Monat. Und Holy, ich hoffe, der ist noch da. Danke für den Prime Sub im 40. vor 50 Minuten. Wird hier ein Fax aufgemacht. Alika, alika. So. Hallo Fuji, Thorax und Cyberfighter, hallo. Und Tiger und Artis, hallo. Und Bolze, hallo. Wo sind meine ganzen Freunde? Wo sind sie? Das Spiel sieht aber echt gut aus im Stream, ne? Ein bisschen, ein bisschen unschärfer. Aber geht trotzdem. Hallo Lazarus und Silent Fox und Swipsy. Keiner da. Ich hab gerade erst angemacht, für eine Minute oder so. Alle weg. Hallo, Azrael. Und Irmikess, danke für die WeSter beim 61. Monat. Jeff müffelt ein bisschen. Das kann ich ausmachen, weil wir haben ja... Wir haben ja schon umgestellt. Lumos. Lumos. Weißt du, ich hab mir gerade mal aufhört. Im Slytherin-Gemeinschaftsraum gibt's gar keine Musik. Ist alles totenstille. Hallo Mega und hallo Andi. Oh, boy, oh, boy. Ja, ja. Und Andi, danke für die WeSter im 35. Und hallo Mariska. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ich sag, wie das... Heute krieg ich meinen schwarzen, bösen Zaubererhut. Das ist ein Fact Heute bekomme ich den Mr. Pony, hallo Ich denke, heute ist dein Tag Du bekommst den Hut, Daumen sind gedrückt Dankeschön Hallo Haku, was geht, was geht Hallo Freezy Boah, zum Glück habe ich Dienstag den Zahnarzttermin Ehrlich Und Alina, hallo Und Dankeschön für den Prime Sub im 44 Kuss, Kuss zurück Aber wenn nicht, denke ich In der letzten Kiste, die wir irgendwann öffnen Nein, der kommt heute Wenn er den überhaupt gibt, ich weiß es ja gar nicht Aber ich denke mal schon Aber ich sehe trotzdem ganz schick aus Wette ist auf Oma, weißt du, wenn wir die Wette erst zumachen werden Um 3 Uhr nachts wieder oder so Ich war gestern, glaube ich Ich glaube schon wieder 9 Stunden gezockt Das Ich habe Rons Festumhang Für den Ball in drunter Oder warum spoilerst du mich, Alter Bumfer Halt's Maul Was für ein Ball, Junge Ich wusste nicht mal, dass es einen Ball gibt Hier Halt einfach deinen Maul, Bumfer Ehrlich Achso Ich dachte, du hast den IC bekommen Mann, ich dachte gerade, der hässlige Bumfer hat mich gespoilert Warum? Weil der geschrieben hat, ich habe den Rons einen Festumhang für den Ball im dritten Teil Wo kommen die Schüler denn jetzt auf einmal her? Hä? Sleazy, hallo Bumfer natürlich, hallo Hallo, Freunde Das ist Magic Hoho Wir spielen noch nicht, wir warten noch ein bisschen Hoho 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 Was ist das denn? Was war das? Was war das? Was war das? Er hat so einen Kraken an die Fensterscheibe gehauen Gibt es den Hut für Zauberer oder vielleicht nur Fechsen? Das kann ich nicht beantworten Das weiß ich nicht Aber ich würde ja auch den nehmen, den ich habe in komplett schwarz Den gibt es bestimmt Und hallo, Holy Und Verox, hallo Und Joshua, hallo Habt ihr denn schon alle Mia, shiny, goldene Einhorn gesehen? Ja Ich habe gestern Nacht noch mit Also ich habe gestern auch noch ein bisschen weiter geschwäht Ich habe aber keine Story oder so gemacht Ich habe nur geguckt, ob ich shinies finde Tiere Und ich habe Ja Und kurz ein paar Sachen im Raum verändert Ja, Dick, ich komme gleich Chill, Bruder Wir machen noch Intro Ein paar Alrauen uns angepflanzt Malwunkraut, das ist ja wichtig Weil wir müssen unbedingt die Merlin-Aufgaben machen für das Inventar Off-Street Oh Mann, das war nur eine halbe Stunde noch Nicht länger Also nichts Relevantes Und hier habe ich ein bisschen was verändert Die Futterstation habe ich geholt Und eine Katze habe ich gefangen Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich nur shiny sammle Ich habe zwar nur welche drin, die keine sind Aber die schmeiße ich raus Absolut nicht mein Game Aber schaue immer mal wieder rein Weil das cool ist, zuzunehmen, weil du viel Spaß hast Ja, Tag, zu mir ein Dankeschön Und das ist nicht Das ist nicht nur nicht dein Game Ich sehe das auch an den Follower-Zahlen Gestern auch wieder zehn Leute verloren Was willst du machen? Aber ist mir egal Diese LP-Andys oder die Leute, die sich aufregen, weil ich das Spiel spiele Die können gerne wegbleiben Die zocken ja wieder LP Aber manche Leute sind halt so verrückt Die gucken nichts anderes, Alter Und ich finde das absolut, absolut, absolut nette Erfahrungen Und Abwechslung vor allem Das ist eine super Abwechslung gemacht Hallo Hashemi, mir geht's gut Ich hoffe, ihr auch Und Kosta, hallo Und Random, hallo Und Bodo, hallo Und Sven, hallo Ich bin hier, weil hier kein LP läuft Krautiger Krautsalat angeschöpferte Wie ich da mit dem neunten Schluck selber schnecken Das ist aber Quatsch, warum Deshalb de-abonnieren oder sogar folgen Und sie im Blödsinn leben und leben lassen Ich sag ja nicht, dass du das machst, Taxi-Man Aber ich hab jetzt gestern mal gesehen Ich glaub, zehn Follower oder so Verliere ich am Tag oder sogar ein bisschen mehr Hören mir auch manchmal ein paar dazu Hallo Leo Kiskis Hallo Pyro Du sollst doch zocken können, was du willst Aber unterhalten sollst du uns schon Ja, tue ich doch Hallo, hast du gestern gesehen, wie ich die zweite Aufgabe gemacht hab? Wie ich verzweifelt bin Lazarus? Also wenn das keine Unterhaltung ist Dann weiß ich auch nicht Wenn ich selbst den Da Vinci Dazu bring kann, die ganze Zeit zuzugucken Und dann wird der, weil er sich totlacht und so Ist doch gut Kann nichts schreiben, ey Nicht schlimm, das kann hier sowieso keiner Ich finde, hallo Bufo, ich finde das eine super Wechsel Und einen Ball hab ich gekauft für die Tiere Komm Komm Hat Mila mir gezeigt Los, ihr sollt spielen Kurbo, heute bekommen wir den Hut Heute bekommen wir den Kommt Wetter ist noch auf, off-stream Boah, Oma, ich hab hier nur die Mauern weggemacht Und die Futterstation hingetan Guck Sonst nix Doch, hab ich wohl Scheiße Zeig ich euch gleich Ich hab noch was gemacht Eine Sache hab ich noch gemacht Aber die hab ich gesehen Und die musste ich einfach machen Aber es hat auch nix mit der Story so zu tun Ich hab nur was gesammelt Wie die Mauer ist weg Die der Flash der Oroho Und das ist sonst Wie gehen Leute allergisch drauf Guckt euch den an Übrigens hat Mila mir gesagt Und gezeigt Dass wir die sogar unbenennen können Okay Wie nennen wir das Mondkalb hier Ich will jetzt Namen Im Chat lesen Apropos Ich spiele das nur on-stream Hallo Das ist doch überhaupt Gar kein Spielen gewesen Winter Off-stream Okay Den nennen wir off-stream Bestätigen Ein Mondkalt von mir Heißt jetzt off-stream Mila Okay Wie nennen wir den Knuddelmuff Wenn wir alle mal Hand aufs Herz legen Im RP gegen Letzte Zeit Nicht so viele So viele RP-Stänge Die weggebrochen sind Also genieß das Spiel Und geh weiter Mit neuer Kraft Ins RP Das stimmt Rebeat Das ist Jetzt nachdem Jay weg ist Und so Ist das eher so Dieses aufbauen Versuchen Im RP Und ich glaube Pinsel ist für so eine Gruppe Nicht geschaffen Pinsel ist ein Flummi Der muss Hin und her springen Und so Spoiler Hallo Da Vinci Fellknäuel Haufen Fussel Fussel klingt gut Sollen wir den Fussel nennen DodgeMeter Backstream Gut Hallo Kuba Und Hunter Vielen lieben Dank Für den Prime Sub im dritten Springball Bauchnabelfussel Alter Snigglesnug Ja man Snigglesnug Alter Geht nicht Hä Was ist denn daran Eingeschränkte Wörter Wir nennen ihn Ochen Sloy Obwohl Ochen Sloy Ist schon eine Legende Ochen Sloy Okay Haben wir Jetzt den hier Noch ein Mondkalb Der eine heißt Offscreen Dann müssen wir den Eigentlich Onstream nennen Der ist ja der Der ist ja der Kumpel von dem Der Wochenname Für den Niffler Schink Mila Schwabbel Mila Der Niffler Mila Aber das ist doch Ein Männchen Hallo Malz Wir wollen ja Eine Handtasche Legender Typ Immer wenn ich ein Boot Seh habe ich auch In seinem Kopf Ist so V-Arc-B-Turbo Blackwood Ente Otto Hallo Rage for Life Power the Duck Schnüffelstück E-Roll Wir nennen den Manfred Die Katze Die müssen wir eigentlich Diva Oder so nennen Kniesel Pinsel Ronny Mr. Sniggets Horst Wie soll man den Kniesel nennen Mein shiny Kniesel Goldzahn Eigentlich schon War der ist golden Wir nennen den Goldzahn Haben wir noch Manfred Ach den haben wir noch Und der ist Gold Der schwarze Niffler Der heißt Manfred Und der goldene Niffler Der wird wie heißen Stiffler Junge Stinker Leo Alter Günther Mumpfrit Hallo Gap Hallo Hati Kiffler Den nennen wir Kiffler Alter Geht bestimmt nicht Doch geht Kiffler Junge Ja die anderen sind nicht shiny Die werden eh noch wegkommen Ja dann haben wir Offstream Auch ein Sly Onstream Kiffler Manfred Goldzahn Und die benennen wir nicht Wo ist denn der Ball hin Ringardium Lidiosa Komm ihr sollt spielen Ne Zucht Gäge hab ich schon Ich muss mir die quatschen Aber Wie viele sind wir denn gerade Im Chat können wir eigentlich anfangen Was bringt einem diese passierlichen Tierchen Kannst du züchten Und dann kannst du die füttern und pflegen Und dann geben die Fell Und dann kannst du dein Gier Damit verbessern Hier zum Beispiel Kannst du aufwerten Die Verteidigung Hier ist Offensive Und du kannst hier Verteidigung drauf Zauber noch Können wir hier mal machen Wisse dann ist da sechs Verteidigungen mit drauf Wenn ich jetzt noch Feder von einem Fupper hätte Ähm Kann ich den sogar auf 18 machen Du kannst damit am Ende halt Dein Gier aufwerten Und so Ist das schwer zu raffen? Nö Überhaupt nicht Und du kannst glaube ich Die Eigenschaft kannst du ändern Warte mal Das muss ich eigentlich mal machen Inzendio Alte Magie Ach das habe ich ja noch gar nicht entdeckt Alles Prozio Warte mal Die habe ich entdeckt Eigenschaft 10 Ach hier Was ist denn nochmal ein Diggi? Diggi Calls, Mila Ein was? Ein Diggi Calls Keine Ahnung Okay, ich brauche ein Diggi Calls Jo, muss ich fangen gehen Du kannst halt hier die Eigenschaften von deinem Gion alles Aufwerten Aufwerten Jetzt war ein bisschen mehr Death Hallo Schmack Hallo Schmackomatz Hallo Kannst du schon Schlösser knacken? Ja, kann ich schon Ich kann sogar Ich glaube Wie viel haben wir denn gestern gefunden? 11 Stück Jo, ich kann sogar Jo, ich kann sogar Alohomora 2 holen Aber ich hab Geh erst was anderes holen Und zwar hab ich das gesehen Und ich konnte Ich konnte Einfach nicht widerstehen Die letzten 3 Die mir gefehlt haben Noch zu holen Nix Aufregendes gewesen Und zwar die Hausdinger Das sind diese fliegenden Schlüssel Wo man die Schlüssel gegen die Dings klatscht In den Schrank Das ist die letzte Hausmarke Und das machen wir zusammen Mal sehen, was drin ist Mal sehen, was da drin ist Hm Na, sieh mal an Glytherin Hausuniform Relikt Oh Gott, zeig mal Oh Hier Oh Gott Das Ding hat nämlich Eine besondere Sache an sich Deshalb hab ich auch Die letzten 3 oder 4 Die mir gefehlt haben Nur geholt Zeig ich euch jetzt Ich hab schon so viel Stuff gesammelt Nie, nie Auch nicht Oh cool Ohne Schall Sieht ja richtig cool aus Nein, ich hab meinen Hut nicht Das ist cool an dem Umgang ist Ich kann gar nicht vorstellen Erstens sieht der verdammt gut aus Und zweitens Leuchtet der, wenn man zaubert Voll cool alter Oh Gott Einfach die Schlüssel holen Super easy Weht nicht Aber trotzdem irgendeinen Hut Hm 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 Den kenn ich gar nicht Ja, hab bisher noch kein Glück gehabt damit Ehrlich nicht Oh, schwarzer Zaubererhut Was ist das denn? Oh Gott Alles kacke aus Das sind gleich 10 FPS mehr im Spiel RGB-O-Mann genau Hm Hm Egal, machen wir ohne Hallo Black Moondog So Sind die Schlammblüter? Keine Ahnung Wir müssen zu Crypto Hä? Hä? Hattest du nicht am ganzen Amt vermeiden? Oder war das Nee, nee, das war nicht der Ich weiß nicht mal, ob er den für die Zauberer überhaupt gibt Wieder mal auf Abenteuertour Weiter geht's Wir müssen mit Sebastian Quatsch Mein bestesten Freund Der hat uns gestern übrigens Imperius Gelehrt Hast du den auch schon, Lucifer? Verdammt, ist gut zu wissen, dass er den gibt Ich raste aus, wenn ich den heute nicht bekomme, Alter Hast du meinen Onkel gesprochen? Ja, klar hab ich mit dem gesprochen Der will uns nie wieder im Dorf sehen Weil er versteht nicht Idiot Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft Oder Anne Ich muss dir verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet Er wollte mir meinen Zwilling nehmen Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde Irrt er sich gewaltig Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht durch Ich muss den so oder so finden, Oma Sollte er hören, dass wir sie benutzen Geht er direkt zum Professor Blackpant? Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht Wird Anne retten Den Fluch umkehren Ich werde Anne nicht verlieren Ich schicke Anne das Wappen Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen Ich kann dir nicht ganz folgen Hallo, Leni und Follower, danke für die Wisdom-Szenen Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er Sebastian Komplett durchdrehen wird Was für ein Wappen? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Es Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen Wir konnten nicht alles mitnehmen Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte Schmuck, Karten, alte Fotos Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen Und reichte es mir, ohne zu überlegen Das wird dich beschützen Hallo, Eisen Sagte sie Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir So erreiche ich Anne Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen Vorsicht, Sebastian Dein Onkel könnte es abfangen Dann fliegen wir von der Schule Auch wenn Omenes wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten Gut, dann warte ich bis ich von dir höre Danke, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß Ja, kümmere dich mal lieber um Mavada Kedavra So Gehen wir die kurz machen Ja, den Mantel habe ich gerade gemacht Guck mal Geleuchtet Ja Zerstörung Ich bin böse Wie hast du den Mantel bekommen? Du musst diese fliegenden Schlüssel sammeln 16 Stück Weißt du, die zu diesem Schrank fliegen Die Quest musst du aber auch erst freischalten Und ich habe gelesen Wenn man den ersten Schlüssel quasi bekommt Nachdem man die Quest angenommen hat Und da verkackt, kann das sein, dass die Quest verbackt ist Also aufpassen Ich hätte gerne immer das Buch in der Hand Das wäre cool Ne, den anderen Tieren habe ich nichts gebaut Nur eine Futterkiste hingestellt Ob ich auch meiner sieht nicht so cool aus? Ja, dann hättest du Slytherin mir missen, mein Freund Komm auf die böse Seite Der macht ja Cookies Konntest du einem der deidalischen Schlüssel folgen? Einen? Ich habe alle 16 geholt, Nelly Hallo, Nelly Ich habe schon alle Schlüssel gefunden Und meine Haustruhe geöffnet Oh, wunderbar Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm Großartig Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren Jetzt weiß es Oh, kurz mal Level Up So, was ist das? Die quatschen Das gehen wir jetzt auch ab Die haben wir nämlich Ich weiß jetzt auch noch Die Anzeige ist verbuggt Hallo Shorty Ich habe nicht mehr lange rumgezaubert Ich habe die Tiere nur geholt Mila hat mir ihr Dings gezeigt Das nehmen wir auch mal jemanden Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest Junge, du siehst aus wie Harry Potter auf dem Buch bestellt Halb vier, oder? Hallo, ich bin Duncan Hophouse Ist mir ein Vergnügen Ich habe schon von dir gehört Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft Oh, danke Freut mich zu hören Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht Dein Ruf eilt dir voraus Und ich schätze, er entspricht der Wahrheit Darum bist du genau die Person, die ich brauche Naja, in Professor Hacketts Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren Und... Also... Meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen Wovor sollte man da Angst haben? Die sind doch niedlich Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus Bis sie dir die Zunge in die Nase stecken Egal wie gerechtfertigt Meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag Ich habe mittlerweile den Ruf Ein Feigling zu sein Manche nennen mich sogar Dunkuff Knuddelmuff Dunkuff Knuddelmuff Das ist schon witzig Das finde ich überhaupt nicht Everett hat dasselbe gesagt Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet Dass ich mutiger wäre als alle denken Da ich im verborgenen Kräuterkundekorridor war Der verborgene Kräuterkundekorridor? Ja Gerüchten zufolge hat der Kräuterkundeprofessor Vorprofessor Garlick dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt Angeblich ist er so überwuchert Dass sich niemand mehr hineintraut Ich hatte gehofft du könntest mir vielleicht ein Beweis dafür besorgen Dass ich Na ja Dort war Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Machen wir Kollege Machen wir Klingt spannend Na gut Ich werde dir helfen Hervorragend Das weiß ich zu schätzen Komm zu mir wenn du den Beweis hast Ich stehe ewig in deiner Schuld Wir gehen uns jetzt Alohomora 2 holen Hm Verborgener Kräuterkundekorridor Klingt spannend Bombarda Könnte ich eigentlich skillen Benutze ich eh Wir haben eh noch paar Talente Was ich richtig 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 dumm finde an diesem Spiel Ist dass du die nicht resetten kannst Spiel war auch scheiß drauf Kannst deine Talentpunkte nicht mehr resetten Aber da kommt wahrscheinlich eh ein Dings raus Eine Mod oder so Ja ja Das ist richtig dumm Dass die das gemacht haben Es gibt in der Datenbank sogar eine Potion Die das zurücksetzt Aber Die ist markiert mit Wurde deleted Hab ich gestern bei Reddit Geht heute Nacht noch gelesen Hier ist Singleplayer Mod Oder du kannst einfach hingehen Wo kannst du in den Dateien Kannst du cooler und nicht zaubern So verändern Ist klar Dass die tiefe Mods geben wird Und auch gibt es schon Hallo dort Putzebaum Boah mit einem Multiplayer-Game Weiß ich nicht Keine Ahnung Könne ich mir aber gut vorstellen Obwohl ne Aber es wird so Mods geben Wie Hardcore Runs und so Wenn du einmal stirbst Dein Charakter gelöscht wird Und so ein Kack Und neue Zauber Hallo Mr. Moon Ich grüße Sie Konnten Sie noch mehr Dieser Demigeist-Statuen Entfernen? Ja klar Ich habe tatsächlich Ein paar Monde für Sie Mir geht es schon besser Jetzt wo ich weiß Dass die Statuen weg sind Ich hatte versprochen Ihnen zu zeigen Wie Sie alle Humore Verbessern Wenn Sie mir Mit diesem Wissen Können Sie noch stärkere Schlösser Knacken Das ist gut Das ist gut Aber ich weiß Immer noch nicht Wer hinter diesen Statuen steckt Es gibt noch viele üble Dinge Die darauf warten Mich zu quälen Wenn Sie mir mehr Monde bringen Zeige ich Ihnen die mächtigste Form Von Allo Humora Die der Welt der Zauberei betennt ist Ja, Lord Putze Oh, mach das Er leuchtet Zumindest mehr Suchen Sie diese Monde Boah, Sebastian nervt langsam Nein, der ist der Beste Nee, nee, nee Der wird dich später auch safe nerven Nee 13 Stück muss ich jetzt finden Also 11 noch Boah Die sind halt gar nicht so einfach zu finden Die Dinger Achso Gesundheit Man, nur wegen Sebastian Lass den Der ist mein bester Freund Sag ihm Der soll mich nicht nerven Danke Die machen erst Nebenquesten wieder Wie gestern Und dann die Main Story weiter Wie weit ist denn das? Oh, geht Uff, Wische Der Umhang ist so cool Aber das Spiel läuft deutlich besser Ich sag wie es ist durch den Patch Das kann sein, dass die da irgendwas gemacht haben Ich hab 93 FPS gerade hier Hallo Holy Und Rego Und natürlich alle anderen Teko Die ich noch nicht begrüßt hab Ich hoffe, euch geht's gut Und die denn da? Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern Das lässt in ein paar Stunden nach, glaub ich Glaubst du? Nicht unbedingt Bei diesem Jungen hielt es eine Woche an Eine Woche? Mir, mir ist schlecht Mach dir keine Sorgen Wir bringen dich sofort zu Schwester Blaney Da fällt mir ein Was? Was denn? Ich muss noch einen Aufsatz für Bins schreiben Zwei Zoll Bei Merlin, meiner ist auch noch nicht fertig Was? Lass mich nicht allein Hast du dir die Daten der magischen Der klingt wie Asta, Alter Wo geht ihr hin? Ihr könnt mich nicht zurücklassen Das wird schon Ich seh morgen nach dir Morgen? Das dauert eine Woche Ja, Bruder Was für ein Pech, Alter Der Umhang jeder hat Jedes Haus hat so einen Umhang, ja Aber der von Slytherin Slytherin soll der coolste sein Alle leuchten, wenn man zaubert Heute, heute gibt es den schwarzen Zaubererhut Okay, aber hier habe ich wieder nur 5 ETF-Bass Und Raytracing habe ich nicht Ja, nein Komisch Oh, FPS 30 nur gerade Ganz schlimm hier Doch heute finde ich den Den gibt es ja Den schon, aber den gibt Außerdem hat er vorhin in einem Chat bestätigt Guckalü Hallo, AC Bobby Eigentlich verhaut er den richtig Und Chat lügt nie Wir haben im Chat Ärzte Wir haben alles Hier ist doch der Chat Und hier ist die Oma Die Busch Glumbumbel sind magische fliegende Insekten Die eine Art Sirup produzieren Der beim Verzehren Schwermut verursacht Sie ernähren sich von Nesten Und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten Leider befallen sie auf Bienenstöcke Und haben verheirrende Auswirkungen auf den Honig darin Ja Verbrennen den Müll Du Glumbumbel Hallo, Too Strong Ich erinnere mich nicht an Tops Oder wie hieß der? Hieß der Tops? Lumos Verborgener Kräuterkundekorridor Ja, geh mal doch rein Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkundekorridor sein Teufelsschlinge Die scheint im Dunkeln zu gedeihen Vermutlich mag sie kein Licht Mach Platz für den Erbe von Slytherin Rivelio Lumos Gott Er ist gut als Zauberer Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkundekorridor sein Incentrum Rebellion Incentrum Rebellion Incentrum Lumos Ah, der klingt so eklig Bombarder Lumos Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe geschützt Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkundekorridor sein Incentrum Lumos Lumos Boah, was ist das denn für eine Pflanze, Alter? Boah, was ist denn die? Incentium, Lumos, Rebellion, Lumos Hallo Grumbe, wieder einfach Ah, dieses Geräusch ist so eklig Gänsehaut davon Mila hat ein shiny Einhorn gefangen gestern Hier ist einer der Altäre, die Professor Schar erwähnt hat Ja, Phönix Diesen Astronomie-Altar muss ich bei Dunkelheit verwenden Rebellion Oh, warte mal, da hinten ist schon wieder so eine Archeoduelle-Kacke Hallo, Steffen Wollen wir die mal kurz abziehen, ne? Hallo Bist du meine nächste Gegnerin im Akio-Duell? Nächste und letzte Gegnerin Ich bin Grace Pinch-Smedley Von den Pinch-Smedleys aus Bar Ist mir ein Vergnügen, Grace Fangen wir an Ich bin bereit Mal sehen, was in dir steckt Purer Hass steckt in mir Achso, das ist eine Rampe Na gut Das hast du nicht gesehen Da müssen wir mit Schmackes darüber, ne? Akio Ein bemerkenswerter Treffer Einfach für mich Das hast du 50 Punkte geholt Was da warst du? Beeindruckend Wagt dich Wollte ich schon sagen, Alter Spinnst ja wohl, Mädchen Oh boy, oh boy Achio Naja, egal Molotow, Dankeschön für die We-Seven 19.10 Offenbar bin ich besiegt Ja, bist du auch Ich bin nämlich Zero Hast du leicht Schwer hast du es mir nicht gemacht Wie gemein Ich habe alles gegeben Mich hast du geschlagen Aber dein nächster Gegner wird dich schon zurecht stützen Ich dachte, das ist der letzte Gegner Ich freue mich darauf Komm, hol nicht rum Man muss auch mal verlieren können Oder Mila Was? Man muss auch mal verlieren können Ja, klar Kann ja nicht jeder so gut sein wie ich Geodokord und Sportmaßmord Higgins Er ist ein guter Zauberer, Junge Der schwarze Hut droppt heute Hast du schon etwas, um meinen, äh, Mut zu beweisen? Hallo, Duncan Ich habe den Beweis für dich Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte Ich wusste, ich kann auf dich zählen Danke, dass du mir das besorgt hast Kein Problem Vielleicht behalte ich das lieber Ich habe nachgedacht Dank Kuff, Knuddelmuff Ich behalte das lieber Dank Kuff, Knuddelmuff Du musst deine Flucht überwinden Das ist doch nicht dein Ernst Wie furchtbar Was soll ich denn jetzt tun? Ach komm, so böse kann ich nicht sein Der Typ wird gemobbt Das war nur ein Scherz Abgemacht ist abgemacht Oh, was für eine Erleichterung Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige Ist es vorbei mit Dank Kuff, Knuddelmuff Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war Danke nochmal Und bis bald Ich bin so erleichtert Let'schett, ihr versteht das nicht Wenn ich ein böser Zauberer werden will später Das ist so richtig böse Dann brauche ich Anhänger wie Voldemort Wisst ihr? Level up Und die Dummen sind immer die, die als erstes folgen Genau Die Dummen folgen immer als erstes Ich brauche Anhänger später Wohin geht's? Bin dabei Scheiße, verfehlt Das soll dir aber eine Lehre sein Ich glaube, ich könnte schon seit 2017 Ja und die Leute, die so die letzten Tage entfolgt haben Die folgen noch dümmeren Menschen Es ist was es Rebellion Halt's Maul Die Dinger nerven richtig Das ist so frustrierend Ja, was? Oh, da riss die Dingsstimme aus Er kann nach Forever, Mann Von der Einfrau Der Kriegerin Du weißt, was es war, Natsai Ich darf das Schloss verlassen Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst Irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln Sie hat mich getadelt Weil ich nicht besser auf dich acht gebe Und sie hat recht Ich will, dass du Hogsmeade bis auf weiteres fern bleibst Nö Aber Mutter Meine kleine Gazelle Du hast gute Absichten Aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen Ich weiß nicht, wie die heißt Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte Wäre Vater noch bei uns Meine kleine Gazelle Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen Ja, komm, wir gehen nach Hogsmeade Das ist so frustrierend Sie hört mir einfach nie zu Sie hat dich kleine Gazelle genannt Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade Von dem sie sprach Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren Aber Ich bin eine Animaga Cool Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern Sehr zum Ärger meiner Mutter So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren Wurdest du als Animagus geboren? Oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren Der Prozess ist kompliziert Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen Darf ich Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen Danach fügt man eines seiner Haare bei Und das ist erst der Anfang Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren Ich will auch Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein Die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen Aber von Mal zu Mal wird es leichter Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive Jetzt ergibt der Spitzname Sinn Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit Und ob Ich liebe das Verwandeln Da hat sie recht Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazelle-Gestalt widerfährt Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren Ich glaube ihr nicht mehr Deine Mutter darf uns nicht aufhalten Wir machen Fortschritte Wir können nicht aufhören Deine Mutter Hündefutter Ich habe nie ans Aufhören gedacht Keinen Augenblick Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Renrock hinter dir her sind Aber das bist du nicht Und ich werde auch nicht fliehen Ich muss Rookwood und Harlow erledigen Ich verstecke mich nicht Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin Danke, dass du bei diesem Er belauscht uns einfach hier, Alter Junge, wer bist du denn, Alter? Immer den Tee aus der Hand Und es klatscht Haben wir verstanden Pass auf, Junge Hab dich im Blick Hugsmeet Und Deak Die können wir ihm machen Er erklärt uns, glaube ich, wie man züchtet Und Deak ist Freund Ich habe Zeit für dich, Deak Hallo, Deak Du wolltest mich sprechen? In der Tat Deak dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten Na klar Das klingt nach einer guten Idee Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen Ich verstehe Was muss ich tun? Bringen sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum Männchen und Weibchen Dieak schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare Ich habe schon Testrale gesehen Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Deak hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen Und die benötigten Materialien sammeln Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Deak Was zieht mir denn da hinten am Umhang? Ich glaube, ich habe schon ein Männchen und ein Weibchen Wo sind meine... Ich habe auf jeden Fall ein Shiny Habe ich schon, Männchen und Weibchen? Habe ich Und ich habe zwei Einhörner Und Frösche in Shiny Hallo Ich bin Zauberer, Hitzer Ja, Bufo, ich weiß Da ist mein Shiny Testral Wann sind die dazugekommen? Und gestern Abend, habe ich doch gesagt Heute Nacht Habe ich kurz ein paar Tiere geholt Das sind meine Einhörner Und den Testralen, den haben wir im Stream gefangen Schön, ne? Okay, habe ich nur Futterstation gemacht Die haben noch keine Namen Müssen wir noch machen, naja Wir müssen nach Hogsmeade Da muss ich eh hin Sollte hatten wir ja auch genug Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Oh, hier sind die FPS grauenhaft Hallo, kommen Sie rein Reven Schauen wir uns mal an, was wir haben Achso, ja, hier kann man die Töpfe kaufen Zauberanweisung, Zuchtgehege Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Diek So, und ich muss hier noch was machen Wenn wir schon mal hier sind Die kleine Truhen mehr Oh Gott, die FPS Da war irgendwas Reveilion Wo? Wo? Nö, die FPS sind allgemein schlimm hier Oh, ich hasse das, ne? Reveilion Was geht da, Boji? Unter uns? Ja Das Wirtshaus 3 Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird Und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst Ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler Die ein Butterbier oder einen Feuer-Whiskey genießen möchten Feuer-Whiskey klingt gut Ja, Brownie, bei mir ist alles gut Ich hoffe, bei dir auch Ich hoffe, bei euch allen ist alles gut Das ist anders als unser letzter Ausflug Erinnere mich nicht Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht Die Halsbänder, die sie trugen Sie schienen aus Koboldsilber zu sein Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wilderer-Lager gefunden Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband Und Professor Fake war verblüfft von seinem Verhalten Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor Er kam scheinbar aus dem Nichts Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau Nein, Merlin Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug Aber wir sollten nachsehen Und wir sollten das Ei zurückgeben Oh, warte mal Only DNL, danke schön für den WeSup im elften Monat Elf Stunden Schlaf gab es heute für mich, boah, viel zu lang Vor einer Stunde, sorry, das habe ich nicht gelesen Dankeschön Gute Idee Wir müssen uns darum kümmern Ich werde mich sofort damit befassen Da, da wäre noch etwas Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood Warum ist der hinter dir her? Ich geh nix an Wenn es für dich in Ordnung ist, behalte ich das lieber für mich Wie cool ist das bitte? Zumindest fürs Erste Verstanden Jeder hat sein Geheimnis Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen Eigentlich muss ich auch los Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren Hallo Eggel Und Stilla Rice, danke schön für den Prime Sub im sechsten Dankeschön So, zurück nach Deak Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft Ausgezeichnet Um ihre Testrale zu züchten Setzen sie sie einfach ins selbe Tiergehege Indem sie das Zuchtgehege beschwören Benutzen sie dann das Zuchtgehege Sprechen sie mit Deak, wenn sie fertig sind Mache ich Okay Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll Was ist denn jetzt los? Boah Ich kriege noch weiter einen Platz für Tiere, Mila Yippie Swamp Boah Ja warte, dann hole ich die eben Du kommst mit Pass auf dich auf Und du auch Was ist denn, wenn man einen Shiny züchtet? Gott, halbe Pokémon hier Geil Wie war das hier? Boah, noch mehr Räume Voll cool, oh Gott Erstmal Futterstation Gehen Zuchtgehege Deko machen wir später Aus Blog, Dankeschön für den Weezer vom 27 Soll ich dir ein Abo verlängern und jemand anderen Soll ich dir ein Abo verlängern und jemand anderen doppelt Ja, okay Interagieren Machen wir jetzt Liebe? Da ist ja nur einer Mila Mila, bei mir im Zuchtgehege ist nur ein Teststrahl Ja, 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 da ist immer einer, der bootet Gumo Gumo Ja Schön, schön, schön Kört, wie kommt Körtis voran? Gut Das freut mich, das freut mich Nutzt das Zuchtgehege? Aber hab ich doch Oder muss ich warten, bis es fertig ist? Muss wahrscheinlich warten, bis es fertig ist Halbe Stunde Houdini Chucky Chucky, vielen lieben Dank für den Weezer vom 59. Monat Und Stufe 2 sogar Hogwarts Dankeschön, Ami, mir geht's gut Naja, ich weiß noch, wie viel Prozent ich hab Guck Ich hab 52 Prozent Oh Und Nightfox, vielen lieben Dank für drei giftige Zaps Am Paul Hendricks, Sgar und Timmy Krieg schon wieder Zahnschmerzen Ich hab coolen Oman geholt Forty-Night-Dier-Le-Bobody Ach, Kiste Da ist mein Hut drinnen Oh Gott Oh Gott, ich dachte erst Hexisch-Piegel Boah, der Umgang ist krass gut, ne? Ja, oh, der leuchtet, wenn man es zaubert Lumos Der Umgang sieht geil aus Das sieht aus wie dieser eine Zauberer Ja, Gerindelwald Aber Gerindelwald war nicht in Hogwarts Der war ein Durmstrang Und Nightfox, danke schon für den giftige Zappern, Mist Warum kann ich eigentlich noch in Hogwarts diese Zettel sammeln, obwohl die mir nix mehr bringen? Das ist doch Quatsch Ich bin Cousin von Fundali, ne, Johnny? Hat der schon wieder gemutet, Penner Ich sehe echt aus wie Grindelwald, ein bisschen, ne? Aber Grindelwald hatte Und weiß ich Frag mich nicht, warum ich das weiß Blonde, lockige Haare Als der Jung war Oh, hallo Hallo, Amit Hallo, Amit Und Nightfox, danke schon für den giftige Zappern Oh, nee, nun Ja, du musst übersetzen Ja, du musst übersetzen Ja, komm Und The Dead Dankeschön für den Trunks Aber im Dreizeit Aber war der Keder Let's go, Kollege Oh, tun wir den hier Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art Und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mones, der Sterne und alle anderen Dinge am Nachthimmel Ah, war mir fast klar, dass ich den Besen nicht benutzen kann Nö, wir fliegen von hier Wer hier wohl wohnt Oh Gott, ich muss noch mal den Gebäsen-Skin ändern Sieht ja schrecklich aus Rivelio Ich weiß, was das bedeutet Eine Prüfung Merlitz Hm, das guck ich mir mal vorher erst an Da ist eine, da ist eine Ich muss unbedingt die Aufgaben erfüllen Okay, vielleicht müssen wir nur zwei holen Und Night Fox Dankeschön für den Gift der Panthiade Ich meins, nein Wir sind jetzt durchgespielt Inzendium Ja, wie Ah, boah, da sind's hundertprozentig mehr Oder? Oh Gott, warum hab ich das angefangen? Oh Gott, was ist das schon wieder für ein Rätsel, Mann Warum ist das oben? Das ist auch wieder oben Hm Bestimmte Reihenfolge vielleicht Bestimmte Reihenfolge vielleicht Bestimmte Reihenfolge vielleicht Wämpf Und Abklapp Wie Woch He Wämpf bin ich schon wieder zu dumm dafür chat es gibt es es gibt es es gibt es es gibt es Ich bin hier, Babagieh. Hmmmm... Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ha! Da muss man auch erst mal drauf kommen, Alter. Das ist halt... Manchmal nicht so einfach, ne? Reveglio. Oh, Emre. Wie geht's, wo da? Reveglio. Hier geht's auch gut, Bruder, außer Zahn ein bisschen ab und zu kaputt. Aber Dienstag Zahnärztermin. Ich werde heulen, Alter. Bombarder? Oha, welch angenehme Über... Ja, komm! Sieht interessant aus. Ach so, der muss brennen. Stopp. Junge, willst du mich verarschen, Alter? Incentrum! Oh! Bombarder! Nee. ich will mal testen der war übel dumm der typ monster ja okay was müssen wir machen auf jeden fall alle gleiche symbol oh gott bruder cool ich habe keine ahnung diese rätseln ja manchmal ich bin das sollte ich untersuchen wir haben auf jeden fall alle die gleichen symbole in zentro noch kein tipp geben ich komme gleich bestimmt selber drauf einfrieren einfrieren sieht gut aus so Das war's für heute. Okay, irgendetwas mit einfrieren. Nach einer bestimmten Reihenfolge. Nach einer bestimmten Reihenfolge. Nach einer bestimmten Reihenfolge. Nach einer bestimmten Reihenfolge. Aber die haben doch alle die gleichen Symbole. Okay, ich glaube, ich bin zu dumm. Ah, warte mal. Die sind rund oben. Aber wenn ich... Oh Gott! Hat man die Synchronen? Der ist so scheiße, der Alter. Ich bin da ehrlich. Die sind rund oben, ja. Aber wenn ich den... Ich verstehe nicht. Ich verstehe echt nicht. Ich bin zu blöd für sowas. Hier. Hier. Wir sehen alle gleich aus. Ne, der hat... Der hat halt unten... Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Und der hat halt auch unten... Oben. 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 Ich brauch Hilfe. Das schenke ich wirklich nicht. Los. Hau draus. Was habe ich falsch gemacht? Oder was mache ich falsch? Kaputt machen? Du kannst den. Wie willst du den nicht kaputt machen? Wegstoßen. Aber haben wir das nicht gerade schon versucht? Bist du? Der ging jetzt nicht kaputt. Der ging auch wieder nicht kaputt. Das hatte ich ja versucht. Ich bin mir ziemlich sicher, als ich das versucht hätte. Da habe ich ja nichts dafür, wenn er verbuggt ist. Da habe ich wieder nicht drauf geachtet, wie viel ich schon habe. Die sahen auch schon mal besser aus. Ey, manchmal, da packt das echt dumm rum. Das packt rum. Das war bestimmt schon mal hier. Bug manchmal einfach wegen dümmster Kacke. Ja, aber wie meinst du das? Jetzt komme ich die Leiter nicht runter, weil dir dieser Gullideckel auf dem Boden liegt. Bitte. Hm. Ja, was denn, hä? Schon gegangen. Äh, meinst du an der Brücke? Nee, nee, nee. Ich bin schon viel weiter als du. Angeberin. Ein Astronomie-Altar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Rivelium. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Ja. Wollten wir was probieren. Oh Gott, wie OP? Hat man das funktioniert? Was? Rivelium. Wie OP ist denn das? Rivelium. Ja, was ist das denn für eine Cheese-Taktik? Das muss ich bei meinem Troll probieren. Habe ich überhaupt nur Pflanzen bei? Habe ich. Ja, cool, okay. Oh Gott, Bruder, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Gibt's bei diesen Rätseln eigentlich irgendwelche Hinweise? Oder muss man das wirklich von alleine rausfinden? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, aber hier fehlt nix oder so. Da musst du alles ausprobieren einfach. Achio, Lumos, Engadium Liriosa, oh Gott, Alter. Bewegen tut sich hier auch nix. Und war da auch nix? Keine Ahnung. Verwandeln? Verwandeln? Oh Gott, Bruder, jetzt sag ich nicht, ich muss da einfach draufklettern. Oh Gott, Junge. Was? Hä? Ja, ich hab mir gedacht, okay, das sieht aus wie eine Treppe. Aber boah, Gott, Alter. Ja, also wirklich. Jetzt hab ich wieder nicht geguckt, wie viel ich hab. Ich brauch nen Troll oder so, ich will mal die Taktik testen. Was ist schon da, ich bin, von der Taktik testen? Was ist so ein Barsch? Ich hab mir gedacht, ich bin, dass ich deutlich darüber nachdenke. Ok, ich bin, also weiß ich was, ich bin. Na, ich bin schon ausreichend. Wieder mal auf Abtreuer. Hmm. Die ist völlig frei erfunden, die Story. 100 Jahre vor Harry Potter spielt die. Soweit ich weiß. So, dann hast du da den Ball. Hier ist mein Hut drin. Ja, nur der falsche. Ich bin wieder blind. Ja. Sieht interessant aus. Geh, ich stück noch. Reveilion. Aber... Was hier? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Oh, ich stelle dich da vorne an der Plattform. Aber was? Was ist das? Ja, ich stelle dich. Ja, ich stelle dich. Ja, ich stelle dich. Reveilion. Oh, okay. Das reicht gar nicht. Hm, hm, hm. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Das war gar nicht so knifflig. Das sollte ich untersuchen. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ist das wieder einfrieren? Oh, die ist denn da drin? Scheiße, die gleich hatte ich doch schon mal, oder? Hat der dort hier mit zu tun? Nein, das ist wirklich nur eine Höhle. Das dauert jetzt am nächsten. Das dauert. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das dauert. Hm, Feuer hatte ich schon. kc reden vielleicht Die bewegen sich aber auch nicht. Ey. Ehrlich. Nein, nicht Miau. Nö. Jetzt sag nicht wieder drauf springen oder so ein Shit. Rebellion. Noch jemand anderes? Was ist das hier? Ich muss Schmetterlinge mitnehmen. Nein, Katze. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Nein, Mietze, Katze. Nein, Mietze, Katze. Okay. Nein, Mietze, Katze. Nein. Das war jetzt dann doch nicht so schwer. Aber erst mal darauf kommen wieder, ne? Damit wäre das erledigt. Gut, Pipi-Pause. Nein, Mietze. Vielen Dank. Weebs out. Oh, das wollte ich nicht. Das haben wir jetzt acht Stück, ne? Was ist hier los? Ich war kurz aufs Klo, Oma. Da ist ein Troll. Das ist ein Troll. Da ist ein Troll. Da ist ein Troll. Das ist ein Troll. Was? Das ist doch ein Fehler, oder nicht? Das ist ein Troll. Das ist ein Troll. Das ist ein Troll. Oh. Das ist ein Troll. 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 Troll. Das ist ein Troll. Troll. Das ist ein Troll. 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 hey was denn ich hasse skelette ich habe ein baby test talen scheini gezüchtet ich habe ihn amazon prime genannt nein ich habe eine taktik gefunden womit die tolle einfach fast worden ganz ich nutze tolle eigentlich meistens bringen die unter meiner kontrolle und lass die erstmal kämpfen und dann am ende mache ich die tolle kaputt hallo lea lee hallo dik es werde dich freuen zu hören dass ein testal junges geboren wurde mariska vielen dank für den giftig zappern der scopes und harry boy dankeschön für den 61. monat hallo an alle hallo harry für den kleinen dankeschön mariska das nicht doch die gesetzt schuld was meinst du damit vor jahren sollte dik seinem meister helfen einen phönix das seltenste aller tierwesen zu fangen der meister hatte ihn auf einer klippe entdeckt der phönix war das schönste wesen das die hier gesehen hatte die flehte den meister an ihn in ruhe zu lassen als die zögerte die klippe wie befohlen hochzuklettern musste er sich selbst bestrafen während die sich bestraft wurde der meister immer wütender und richtete voller zorn seinen stab gegen den phönix der phönix wollte seine eier beschützen und schoss vor angst und wut vom nest herab bevor die reagieren konnte stürzte sein meister von der klippe die blieb tagelang auf der klippe und bestrafte sich selbst bis tobs ihn fand genau der meister hat bekommen das klingt als hätte dein meister bekommen was er verdient hat die wollte nie dass jemand verletzt wird wieder der phönix noch tobs nicht einmal der meister die fragt sich oft was wurde aus diesem phönix wurde die hat glück in hogwarts zu sein und bei der rettung von tierwesen zu helfen vielleicht kann die wieder gut machen was geschehen ist das ist die traurigste story bisher mit den haushelfen armer tops und armer dick aber gut hat der meister gestorben ist ich finde man sollte alle haushelfen frei ich weiß was das bedeutet eine prüfung merlitz und sound ist schon wieder kaputt und sound ist wieder da so ach ja man muss auch kurz vergessen was soll ich tun den von zehn Neue Dings Gehen jetzt hier mal auf deinem Wesen zu platzen, okay Okay, 14 Stück gibt's noch Und wieder mehr Platz So Ich habe viel versprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hybridenfreundin, wohin wir So weit schon was bringen können Außerdem will ich sicherstellen, dass sie keins dieser Halsbinde tragen muss Poppy, wegen dem Drache So 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 Ach so, die Zauber, die Dinger, wie schaltet man über, ah, über die Aufgaben auch frei, für die Rüstung. Die unterschiedlichen Hintergründe bei der kleinen grünen Orangen Späte, nochmal was. Grün ist das Schlechteste. Blau ist gut, äh, episch ist sehr gut und Legendary ist halt absolut top. Was hat höheres Sets durch die Dinger? So, jetzt machen wir mit der Maincrest weiter. Wie viel Inventarplatz haben wir denn jetzt? 32, das ist gut. Heute kommt der Helm. Heute kommt der Hut. Genau, Maincrest ist den schwarzen Zauberer wozu finden. Ja, Da Vinci, der wird ihn einfach im Shop kaufen. In Dubai. Ein Freund, der Koboldo Gag spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Natürlich. Leider hatte der Helm von Erdkott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Ach, klar. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Ach, damit hätte es gerechnet. Sie sagten, er würde ihr Zerwürfnis beenden. Und da dachten Sie nicht, dass er so reagieren könnte? Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Brackbore mit seinen Büchern. Brackbore? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Brackbore besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Brackbore für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnisse? Große, magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit fünf Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannack und Rookwood. Schloss Rookwood? Dort begannen wir mit der Suche. Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde nicht eingeschossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch da kommt mein Freund Amed. Am besten besprechen wir das später weiter. Ich grüße Sie, Lord Gok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldogak? Koboldogak? Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldogak sein sollte. Ich, äh, nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht an andererseits nicht. Auch schlankern voll. Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldogak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lord Gok. Nur Lord Gok? Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mitkommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Okay. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Dann also bis bald. Bis dann. Komm, Kollege Drew und Drew. Na, da guckst du, ne? Blöde Tür. Eigentlich schon Nomads. Ich bin zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß, hätte ich sie nie erträumt. Bevelio. Oh. Komplett Steampunk. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen aufzug an. Das ist eine beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Min von Moria. Revelio. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Revelio. Wie, warum kann ich den jetzt nicht looten? Wow, really? Trügerei, alter. Ja. Revelio. Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Achio. Unverschweiß. Revelio. Achio. Achio. Oh. Achio. mein gott der sound alter das ist der letzte anhänger wirklich bedauerlich ich denke die meisten kobolde sind intelligent und freundlich zauberhut wir werden beobachtet von einer tür wir wollen ja nicht sehen werden oder beviel Sie haben zu tief gegraben. Ja, oui. Ja, wird schon sein. Reveglio. Das ist nämlich mein Hut in der Kiste hier oben. Ich bin mal gespannt, ob ich den überhaupt noch kriege. Ich fühle mich wie eine Figur aus den Abenteuerromanen, die ich in den Sommerferien lese. Ich bin immer müde. Sehen wir uns umarmig. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Hier sind Pläne. Ein Bauplan. Sie errichtet etwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Joch, Z-Mühne. Aktivitätscheck hier. Eko Stublo. Da ist mein Hut drin. Ach, komm. Reveglio. Reveglio. Ach, jetzt. Oh, Christia! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ich werde dich durch. Oh, dass du dich bist. Das ist der letzte Anhänger. Ihr Hut. Mann. Mann. Ja, die bauen irgendwie so eine Maschine, wo man immer bauen kann. Hier war ich gerade. Ja. War einen Hut, ja, aber nicht meiner. Ich kriege langsam Hunger. Ich habe nichts gegessen heute. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großen. Kann man denn heute essen? Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Locklock. Nach dem Krieg werden wir die Welt der Zauberei knechten. wir haben nicht weggez vậy? No, ich glaube nicht. Ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Ich habe mich, was ich gerade durchgeführt. Ich bin da hinten. Kannst du mir, wenn ich da nach oben stehe? Okay. Achio! Imperium! Achio! Inzentrum! Pampas! Achio! Die Zaun ist schon wieder kaputt, Alter. Ich glaube, das hat einfach mit dem Spiel zu tun. Das hat auf jeden Fall mit dem Spiel zu tun. Inzentrum! Hallo, G-Custom! Rebellion! Ach, Mann, das ist doch kacke! Geht halt nicht mal mehr weg! Oh, Gott! Rebellion! Rebellion! Gut! Das ist er! Das ist er! Peter Bohm! Was kann mit dem Spiel zu tun haben? Der hat meinen Sound! Meine Kopfhörer gehen immer... Warte mal! Ich müsste ja kurz ausstecken, kurz. Mein Sound geht manchmal einfach so weg. Also der kratzt dann und so. Auf dem Kopfhörern. Rebellion! Achio! Hattest du halt auch Bomper? Dann liegt er mit dem Spiel. Dann vertragt sich Dings. Ich ging mit dem Treiber-Update weg. Welches Treiber-Update? Noch ein Bauplan. Was haben sie da vor? Egal was. Diese Mine ist zu klein dafür. Bei mir kommt er ab und zu mal wieder. Dann höre ich nur auf der rechten Seite. Das ist super unangenehm. Das ist super unangenehm. Rebellion! 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 Zeigeens! Ihr habt ja Lookingゆen. Ich muss ja gar nix machen?! Waah! Du lässt bleiben! Ja! Aber das ist ja komplett OP. Das ist ja komplett OP. Das ist ein Wettbewerb. Ah, hier. Oh, hier. Ah! Ah, hier. Oh, hier. wie der ist doch dings sie irgendwo nur ein rotes was denn hier noch das waren sicher die letzten der bomb hat er gesagt hätte da gehabt habe ich auch außerhalb von hockworts habe ich das nicht okay man hat auch der liegt dann im spiel ich bin leise akio das war aber 2017 und die kasse ich dachte die bauen so ein riesen ja aber letzte woche habe ich doch auch schon hockworts gespielt hatte ich das in gta auch? nein in gta hatte ich das noch nicht ich bin gut rumschleichen mhm voll schön das war coole dungeon ich muss erstmal kurz durchatmen man lasst mich, Oma gut, dass du mitgekommen bist, Armitia wir kennen jetzt ihre Pläne und können verschwinden ja er ist da bestimmt noch was hier oben böse Oma Böse, böse Oma ja nehmt euch mal ein Tänkepäckchen hier ist mein Hut jetzt dabei ach komm naja sagen sie alle jetzt nix getan haben hör auf mich zur Ärger nochmal das Carson die do die in die Was haben wir denn da rum verblassen wie die Mine? Ist das hier lang? Irgendwas nicht gesehen? Nö. Aber wir sind ja mit dem Aufzug hier hochgekommen, oder? Ja, wir wollen ja nicht gesehen werden, oder? Hm, ich bin schon wieder zu dumm. Aha, du bleibst unten. Wieder nicht. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Komm, schnell runter. Sauber. Ja doch, jetzt wo du jetzt sagst, ja, ja, ja. Ja, ja doch, da hatte ich das auch einmal, wenn seiner, der mit dem GoXLR-Treiber zu tun hat. Aber Rakeem hatte ja auch einen Bumper. Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lotgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Puppi-Cats. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Mit den Bergen. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben Ihre Pläne gefunden. Ranrock wird bestimmt nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood, weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Ranrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Und? Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin. Und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Nö, haben mir Trüben geholt. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Nö, nehmen wir die Hane an den Telefon. Hm. Sie wollte zusammenarbeiten. Ich glaube, ich habe Avada Kedavra verkackt. Ja. Nein. Doch. Aber woher... Ich höre schon wieder nichts. Moment. Er hat von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß von dem Behälter. Ah. Okay. Nein, hast du nicht verkackt. Wie ehrfürchte ich sie vom Kopfschlag. Doch, ich habe gesagt, niemand sollte den Fluch kennen. Ich glaube, jetzt kann ich den nicht mehr lernen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Scheiße. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Genau, einfach reloaden. Wir trennten uns. Und sie versprach ihre Erkenntnis... Du speicherst ab und zu mal automatisch zwischen. Ja, ich habe geguckt, aber... Mehr von Renrocks Leuten kamen. Und wir begannen zu graben. Und fanden schließlich das erste Behältnis. Wo denn? Warte. Renrock war erfreut. Ich höre gerade zu. Aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist. Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber... Ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hat. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Mitspielen. Danke, Lord Gorg, dass Sie mir das sagen. Hm. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Hm. Renrock hat Bradboroughs Bücher nie alle gefunden. Aber aus den Gefundenen ging hervor, dass Bradborough irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Oh, oh. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Schicke meine Eule. Geh unter Spiel laden. Ja, da bin ich, aber da ist das Letzte vor... Warte. ...Garten... ...2019, 2016... ...Wa waren das? ...Auchen und der Stein... Dann geh einfach zwei, drei, vier Speicherstände zurück. Viel Zeit nochmal. Weil Awana Akedawa ist halt... Also ich sage, wie das absoluter Muss, finde ich. Ich glaube, das ist schon zu lange her. Mila, wann hast du denn Awana Akedawa? Ja, okay, ich guck doch an das. Mecker doch nicht. Ja, dann sag doch nicht so. Mach ich doch gar nicht. Wann war denn das? Wann hast du ihn verkackt? Ah, jetzt bin ich so weit zurück. Ja, aber du kannst ja die anderen Spielstände immer noch laden. Okay. Ja, die hat den Zauber abgelehnt, Bomber. Ich wollte einfach nur sagen, dass niemand den kennen sollte. Aber damit meine ich ja nicht mich. Ich bin ja nicht niemand. Ja, aber du bist auch niemand. Hallo? Hätte ich sie trotzdem holen können? Ich will mir eine Frage beantworten. Ja. Ähm. Es gibt ja... Also ihr seid ja auch schon so weit. Ich höre schon wieder nichts. Junge, was ist das denn? Ja, was, Johnny? Also ihr seid ja auch schon so weit, dass ihr oben da raumde Wünsche habt und da auch so Tiere da, ne? Ja. Genau. Äh, kann man sich sowas noch was bauen? Da hat man nochmal ein Tiergehege bekommen? Ja, du kriegst mehrere, wenn ihr die Dings weiterschwebt. Ah, okay. Du kriegst mehrere Räume. Ich hab schon drei Stück zum Beispiel. Ja? Ja. Okay, cool. Gut, dann verkaufe ich die Sachen nicht, die ich habe. Oh, ich hab voll die krassen Tierwesen, Mann, Alter, ich bin Motherfucker. Ey, ich will wieder im Film, wa? Komm mal rein. Also der Bomfer sagt, du kannst den trotzdem noch holen, Mila. Wer? Also ich hab den Zauber nicht bekommen, hab dieselbe Antwort wie Mila geantwortet, sagt die Chrissilein. Ihr müsst nur in die Krypta, sagt der Bomfer. Wahrscheinlich kannst du den dann nochmal anquatschen und sagen, jo, ich hab mich unentschieden oder so. Bist du mal probieren. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Reveglio. Ah, müssen... Wird mal hier sein, ne? Ah. Machen die, die sieht einfach aus. Eigentlich brauche ich die gerade nicht machen. Kobi! Für mich wird niemand mehr in der Krypta stehen. Ja, ansonsten... Also ich würde dir empfehlen, Mila, wenn keiner in der Krypta ist, ich würde halt nochmal die Dingsaufgaben machen. Oh, der Hogwarts... Hogwarts Express! Aber wir müssen in andere Richtung. Gehst du gucken, Mila? Was? Also ich hatte es wie Mila und konnte in der Krypta den holen. Ich glaube, der Bomfer. Gehst du in die Krypta gucken? Treib mir mal privat, was du gesagt hast zu ihm dann, weil ich hab den jetzt nicht bekommen. Ich bin in die Krypta gegangen. Ja, Bomfer, schreib mal die Mila an. Auf geht's nach Hogsmeade. Bombarder! Oh Gott! Oh, ich dachte schon... Bei mir ist da schon was anders mit dem Shop passiert, deswegen wird der da nicht bestehen können, leider. Ich weiß gar nicht, warum sich für alle so... Das ist natürlich scheiße. Aber man zockt das Game ja sowieso nicht nur einmal durch. Oh. Oh, bevor ich mit die quatsche, Moment. Ich muss ja natürlich meinen schwarzen Zaubererhut holen, ne? Okay, hier steht Sebastian. Oh, nee, das ist Ominous. Geiße. Mann, der Ladestand ist nicht mehr da, wo ich mit dem reden kann. Dann geh ein paar zurück. Da muss ich aber so viel neu machen, glaube ich. Noch sprich mit Ominous. Das ist überall. Ah, scheiß drauf. Scheiß drauf. Schreck mich nicht so. Nein, warum scheiß drauf? Ja, weil ich nicht mehr da hinkomme. Und ich will nicht von heute Morgen, 5 Uhr, in der Früh, ne? Ich will nicht spielen. Ja. Ach stimmt, das geht immer nur ein paar Minuten zurück, ne? Bis zum Manuellen, ja. Brauchst du gar nicht so ermahnt meinen Namen sagen. Sag ich gar nicht. Du verstehst das nur so. Das ist das Problem. Morgens um 5 Uhr, die Mila darf ja, die darf ja. Ach komm, Mama, ich hab nur das Dings gemacht, ey. Die 3, 4 Tiere, die ich geholt hab und kurz, äh, die 5 Dinger da, die 5 Fliegen gesammelt. Sonst hab ich 99% alles on stream gemacht. Wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen. Aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Beziehungsstress wegen Hogwarts. Was wollte deine Oma dir schicken? Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Was forscht deine Omi? Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Hallo, Simon. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das ist mir ein Monster. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell... Ja, das Simon ist voll okay. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Warum nicht das Ei behalten? Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein, es gehört ihr. Let's go, Carlo. Wenn ich das behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Ah doch, ja. Ja? Okay, ja, ja, ich kann nochmal zurück. Also wenn ich raus aus der Krypta gehe nach diesem Gespräch und wieder reingehe, dann steht der da. Ja! Warte, ich höre schon wieder nichts. Aber nimm mir lang, bin voll Hogwarts-süchtig. Ich auch, Alter. Ich auch, ehrlich. Das heißt, ich werde jedes Rätsel machen. Chat, stellt euch schon mal drauf ein. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Hallo, Wolverine. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Wolverine. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Oh, wir müssen hier lang. Bereit, wenn du es bist. What about that? Da ist sie. Über uns. Oh, Gott. Sie hat es sicher heraus geschafft. Oh, Gott. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Das ist eine Drache. Fuck. Mila hältst du das Rache jeden mit Avada Kedavra am Bearbeiten. Hallo, Kila. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen coolen Hut brauchen. Das macht's ja. Irgendwas Pfiffiges. Irgendwas Pfiffiges. Gott. Gott. Ja, wir lassen das doch lieber. Nee, ich bin mein schwarzen Zauberroh, denn ich. Reveglio. Oh, wichtig. Nein, Bruder. Oh, oh, oh. Boah. Chalpes, hast du den schon? Wenn ja, mach mal einen Screen. Die Arme muss krank vorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Da wünsche ich ja Bock auf diese Hemden mit diesen Blitzdingern drauf, Alter. Diese Blitzeinschläge, kennst du die? Und auch auf silberne Jeanshose. Okay. Komm, verzeig mal, mach mal bitte einen Screen. Weil ich zweifle langsam an der Existenz davon. Scheiße, ich will wieder nicht verkaufen. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Wie, der Drache ist doch nicht böse. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Achio. Incelium. Reveglio. Imperium. Reveglio. Hier ist er drinnen. Ach, komm, Luxushausmantel. Ja, bitte. Leichtfüßig und lautlos. Betrinikus totalus. Pfu. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampf machen. Aber die wahre Galleon findet man in... Duisburg-Marxlo. Sie würden nicht glauben, wie viel Violet nicht vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer. Wir ziehen bald weiter. Vielleicht nach Duisburg-Marxlo. Es ist so eine Erleichterung. Keine Last mehr zu tragen. Bis bald. Angus. Mein Scham. Aber, Dennis, was geht, Bruder? Was geht? Ich habe einfach so kein Glück, ne? Da ist sie wieder. Boah. Aus der Entfernung. Hallo, Denex. Reparo. Fantastisch. Wo, Bomfer? Ich gucke jetzt. Moment. Wo hast du den gepostet? Hogwarts. Spielst du einen männlichen oder einen weiblichen Charakter? Männlich, ne? Oh Gott, der hat den, Alter. Boah, ich hasse dich, Junge. Warum habe ich denn noch kein Glück gehabt und den gelootet, Mann? Mila hat den halt in der ersten Kiste bekommen. Hier ist er drin. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden Liebenschappen. Das sind ja tolle Aussichten. Ja, Mila hat den, glaube ich, in der ersten Kiste bekommen. Verstehe nicht, warum der so selten. Ich bin bei 82% Gesamtfortschuld. Habt alles aus den schwarzen Hut. Ja, super. Mach mir noch mehr Hoffnung. Vorsichtig. Vorsichtig, Junge, Gambo-Rolle. Mila ist aber auch krass, muss man bedenken. Ja, das stimmt schon. Aber da vorne ist er jetzt drin. Oder sie war auf einen Kampf aus. Ihr seid jetzt drin, ich sag wie das. Drei, zwei, eins. Ich finde es irgendwie witzig, wenn der wirklich in der allerlei Kiste. Ey, dann rass dich komplett aus, ne? Ich will doch einfach nur dieses wunderschöne Spiel spielen. Psst. Aber mit RIP. Gott, wie episch. Ruhuuch. Ruhuuch. Ich müsste gegen den Drache kämpfen. Ähm, hallo? Chill mal, Bruder. Warte hier. Ich laufe vor. Ich laufe vor. Ich lenk dich hier ab. Komm nach, bin ich sicher. Wird das Spiel mit RIP. Warum sieht der ein Chubby Papa platt aus? Ja, wie. Woher der Hate, Mann? Oh. 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 Was von einem Kaminfeuer. Kann ich mal kurz... Okay, das sah kacke aus. Rivalium. Ach, Kiste, da ist er drinne. Ach, komm. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber das... Halt die Klappe, Lexi, ich verpetsche beim Lacken. Ich werde ihn hinfinden. Oh. Rivalium. Genial. Gott, wie cool. Da ist er drinne. Eins, zwei, drei. Das ist so unfair, dass ihr alle cool aussehen könnt. Warum alle Brücken zerstört sind? Hast du mal den Drache gesehen, der hier wütet? Das ist eine dumme Frage. Typisch hart ist das. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Naja, der Loot ist random, Safti. Schön das Ei hier drauflegen. Ja, der Loot ist random. Oh Gott. Nicht mich beißen, nicht mich beißen in den Hufflepuff. Ja. Ja, schnapp zu, Drache. Schnapp zu. Schnapp zu. Bitte. Oh Gott, ich sehe den Drache schon in meinem Raum der Wünsche. Das wäre cool. Ja, Kaktus, ich weiß, das ist aber super lame. Sie ließ uns komplett in Ruhe. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Ich werde den On-Screen bekommen ohne Chief-Taktik. Und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ich wollte noch eine Weile bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Mir alles ansehen. Hm, wir könnten wohl kurz Pause machen. Wie lange sie hier wohl gelebt hat? Und wohin geht sie jetzt? Ich will nur gucken, ob es hier Truhen gibt. Hier gibt es doch bestimmt Truhen, oder? Nö, ich spiele ja gar nicht Off-Stream, Joshua. Du alte Ärgerbacke. Also zumindest mache ich Off-Stream keine Truhen auf. Klar, Bäckermeister, gibt es Sachen. Hast du nicht Feuerkält geguckt? Hm. Reveilion. Ich glaube, hier gibt es den Kronen. Ich versuche, einen schwarzen Zaubererhut zu finden. Der droppt einfach random in der Kiste. Es gibt schon Filme. Aber ich glaube... Oh, doch, da. Da ist der Hut drin. Trust me, Daddy. Haben wir ja ein Parcours hier. Wo ist die Kiste hin? Das ergibt keinen Sinn. Hä? Wie komme ich da hin? Halt die Klappe, Schalbis. Junge, wie komme ich zu dieser Truhe? Da vorne ist ein Eingang. Ja, ich bin blind. Das kann gut sein. Oder ich bin doch gerade hier hochgeklettert. Okay, lass uns mal die Architektur... Warte mal, kann man das hier kaputt machen, oder? Boah. Hihihihihi. Reveilion. Ich spiele als Spieler halt in meinem eigenen Stil, okay? Erst machen wir die Kleine. Kein Hut. Er sei jetzt drin. Eins, zwei, drei. Ist der das? Das ist der nicht, ne? Ist der das? Wo ist der? Wo ist der? Der ist lila, ne? Oh Gott, ich hasse mein Leben so sehr. Warum? Warum nicht in schwarz? Warum? Warum nicht in schwarz? Mann, ey. Der wackelt sogar, wenn man läuft. Das ist doch kacke, ist das. Kann ja gut sein, dass das halt wirklich nur den mächtigsten Zauberern zusteht. Und da gehörst du halt nicht so zu. Ach, halt, Mol. Was macht die denn hier? Was macht die denn hier? Spring jetzt in Luft. Pompader! Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Brauchst du noch etwas? Ich trage den Hut jetzt so lange als Schande, Alter. Bis wir den Anglangen gefunden haben, den ich haben will. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Wir haben ja Ihren Kampfring sabotiert und Ihr Drachenei gestohlen. Stimmt, stimmt. Warum sind Sie uns nicht gefolgt? Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Außer. Außer was? Außer, Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Ja, wie? Ey, was für eine Schande. Bomfer, hast du den? Ach Gott, Alter. Habt ihr den vielleicht auch am Anfang gelootet wie Mila? Habe ich, bevor ich nach Hogwarts gekommen bin, vielleicht eine Kiste übersehen? Kann das sein? Also eine hast du safe übersehen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ach komm, bitte nicht, Mann. Ich habe den Hut später gelootet. Okay. Gut, dass du das weißt. Ja, Chat, ich glaube, wir fangen von neu an. Boah. Du hast einen Haufen übersehen. Ich habe gehört, dass unsere Clementine sie in ihre Schmetterlingsgeschichten reingezogen hat. Ungewöhnliches Mädchen. Ich habe gehört, dass sie in die Schmerzen sind. Ich weiß, OG Customers lame. Ich will den haben. Nee, nicht unbedingt den. Irgendeinen schwarzen Zauberrot möchte ich gerne haben. Ich muss kurz klauen gehen hier. Gibt es hier noch irgendwo Kisten? Jetzt sag nicht, ich habe schon alle Kisten hier gelootet. Bimmelt hier. Revedio. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack, den sie erzeugt, einen üblen Geruch, der jedem näheren Umkreis fluchtartig vertreibt. Don't push. Mach ich aber doch. Alter, wenn du... Oder wenn du Lootboxen gehen würdest, da wäre ich so drinne, Alter. Hier muss es doch bestimmt irgendwo noch Kuhn gehen, Mann. Ich habe doch nicht alles ausgerubt hier. Hallo, Homora. Revedio. Ach, komm, Alter. Ist das Puzzle, was hier gesprochen wird? Revedio. Ach, okay. Revedio. Ach, okay. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbau verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen. Immer überall Schlösser hier. Ne, guck ich nicht, Lexi bis Böse. Scheiß, boah. Reveilion. Alohomora. Ich habe Hunger. Komm schon. Reveilion. Ich habe kein Glück. Hier ist der drinnen. 3, 2, 1. Reveilion. das game hat so 40 45 stunden main story und wenn du aber alles macht über 100 ich gehe schon in den wäden hallo ich glaube einfach das ganze dorf hier aus der hofrand zeigt doch gott da ist der drinnen kann es förmlich riechen 321 was haben wir denn alohomor Rebellion We have to climb 1,2,3 Ich habe kein Glück Du gehörst mir an den Geist Du musst dafür diese Hausschlüssel holen Hier war ich gerade schon, ne? Hier sind halt so viele Kisten drin Der von Gryffindor ist cooler Wir machen noch das Haus daneben und dann machen wir weiter Ehrlich Rebellion Oh, cool 1,2,3 Ich krieg permanent irgendwelche Kopfbedeckungen Aber niemals den Hut Das ist so kacke Wer ist das? Aber klar, hier wieder 500 drin sind Alter Rebellion Das ist so kacke Das ist so kacke Das ist so kacke Wir haben heute viele Waren Mila, weißt du das? Rebellion Äh, was? Wo man die Klamottensammlungen gucken kann Auf F Auf F F Siehst du doch, wenn du Auf den Hut gehst Und dann auf F Drückst Dann siehst du doch, was du hast Hier Achso, auf F 1,2,3,4 5 Füte fehlen mir noch 5 Stück Nein, nicht unter Ausrüstung Nein, nicht unter Ausrüstung Wo denn dann? Sammlungen, hier Äh, und dann hier? Ah, hier Ja, du siehst das unter Sammlungen, Mila Ja, aber wo sind denn da die Hüte? Achso Achso Achso, das sind ja nur verschiedene Farben Genau Oh Gott, da fehlt mir ja nur einiges Oh Gott Rebellion Alohomora Aber der ist jetzt hier drin In der Kiste ist er drin Hallo Teddy Hallo Edel 1 2 3 Okay, ein Haus Ey, da macht's richtig Ein Haus noch, Jet Rebellion Ich will diesen Hut haben Ich raste aus, alter Ich hab irgendwie das Gefühl, ich war schon überall Hallo Nein, ich mach keinen Loot-Screen Achso, warte mal, dann mach ich das schon Ja, spielst nicht gut Rebellion Jetzt sag mir nicht Ach, komm Bruder Aber hier ist er jetzt drin Wir drehen uns jetzt dreimal im Kreis 1 2 3 Und einmal Bombardern Okay, wir machen Oh, ich kann die Besenverbesserung jetzt holen Und muss dann noch in die Kartenkammer Dann kannst du kein mehr zählen, Alter Oh Hallo Schön sie wiederzusehen Wie immer habe ich für sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung 4000 kaufen sie werden diesen besen lieben das verspreche ich danke fürs vorbeischauen ich bin so gespannt was sie davon halten sie möchten einen noch ausführlicheren flugbericht sie kennen mich gut ich habe es fast geschafft ich glaube ich kann das besen fliegen noch etwas verbessern miss reyes veranstaltet ein wettfliegen an der südküste ist allerdings nicht ganz ideal da sich dort randrocks leute und erschwinderinnen herumtreiben sollen aber wenn sie hoch genug fliegen sollte ihnen nichts passieren glaube ich ist der bruder eigentlich mit wem der hier geredet junge da bin ich unbesorgt mr weeks ich suche dann im melder ich hoffe sie können die wettflüge abschließen ich habe so das gefühl dass diese verbesserung einen riesen erfolg wird aber passen sie auf sich auf ich freue mich schon darauf an ihnen zu hören ich freue mich auf unser nächstes treffen ich könnte jetzt die neue verbesserung ausprobieren gibt es einen gemütlicheren ort als hocksmead und wie der jetzt abgeht ja schon schnell Ziehen wir die kurz ab und dann machen wir Mainstory weiter. Stäben. Apropos. Willst du eine Runde verlieren? Äh, spielen? Ja, natürlich, Charlotte. Möge der beste Beschwörer gewinnen. Was ist denn das? Genau wie geplant. Akio. Oh, da soll mich doch ein Biliwig stechen. So was schaffe ich nie. Akio. Was macht denn dieser Wirbel? Ah, okay. Genau wie geplant. Akio. Oh Gott. Oh Gott. Welch Eleganz. Oh Gott. Akio. Ach und... Ja, klar, komm. Genau wie geplant. Oh Gott. Ja, ist okay. Nochmal. Schauberstab ist mir aus der Hand geflogen. Unfair. Ich hab was im Auge gehabt. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Ja. Mit meinem schönen Hut. Auf jeden Fall. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Guter Popcorn wie Percy. Genau wie geplant. Ach, das kannst du doch schon wieder voll vergessen. Welch Eleganz. Raffiniert. Akio. Danke. Hä, warum ist die so schnell, obwohl die mich gerammt hat? Genau wie geplant. Nette Technik. Akio. Ja, rammisch. Ach, komm. Digga. Welch Eleganz. Ach, das dauert jetzt ein bisschen Chat. Ich muss mich konzentrieren. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Auf jeden Fall. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Ach, ne Pisse hier, Alter. Die Charlotte wieder, Alter. Ach, ne Pisse. Was? Genau wie geplant. Ach, hier. Ach, Digga, das kannst du doch voll vergessen, Alter. Halt's im Maul. Ich knall die ab. Die kommt auf meine Todesliste. Ich gehe jetzt komplett mit Hass rein. Genau wie geplant. Mann, verschwinde, Alter. Genau wie geplant. Ach, hier. Ey, nein. Nein. Welch Eleganz. Raffiniert. Noch mal. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Bisschen langsamer, Mann. Dann hätte ich die voll weggehalten. Das höre ich gern. Noch mal. Ich nervte jetzt. Okay. Scheiße. Ich versuche die jetzt rauszuhauen. Ach, hier. Das schaffe ich noch. Oh, da soll mich doch ein Biliwig stechen. So was schaffe ich nie. Genau wie geplant. Oh, komm schon. Bitte fall nicht raus. Ja, komm. Geh rüber. Sauber. Nette Technik. Oh, du bist gut. Weiß. Ha, first try, Chad. First try. Volle Punktzahl. Da kann man nur mal klatschen, Alter. Ich kann zugeben, wenn ich geschlagen bin. Wo hast du gelernt, so zu spielen? Äh, hier im Dings hier. Reine Intuition. Reine Intuition. Eine natürliche Begabung. Das ist auch meine Strategie. Ich schätze, sehr weit kommt man damit nicht. Tja, jetzt bleibt nur noch ein letzter Gegner. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist nicht ohne Grund der Beste. Alle so rankommen, den Lutscher. So, ich mach mich mal auf meinen Besen ab, ne? Hau rein, Alter. Ich hätte nie eine Chance geben. Ich bin der beste Zauberer in Hogwarts. Ich bin der beste Zauberer in Hogwarts. Ich bin schon wieder dreieinhalb Stunden. Hm. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Ruppwood? Ja. Ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Ja. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Nein. Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Bis dahin. Hallo, Nicky-Nick. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fick weiterhelfen. Wieder mal auf Abenteuer. Bäh. Bin ich aber auch noch nicht reingekommen, ne? Hm. Ah, jetzt kommen wir da rein. Ah, lila. Kacke. Oh mein Gott, da bin ich mich erschrocken, Alter. Boah. Danke. Das sind da tief in Labyrinth. Oh. Bombarder. Rivelio. Hier ist er jetzt drin, Chat. Eins, zwei, drei. Na klar. Nie Glück. Ich will den Hut einfach nur für Drip haben. Rivelio. Bisher haben nur die stärksten Zauberer den Hut. Und deshalb brauche ich den auch. Ja. Ja. Für die maximale Macht. Alchemie ist ein arcanes Unterrichtswach, das ältere Schüler belegen können, wenn das Interesse einmal groß genug sein sollte. Es befasst sich mit den vier natürlichen Elementen und der Wissenschaft der Transmutation. Oh, Botanik. Blattgold. Sonst ist sie nix. Revelio. Revelio. Alohomora. Will ich da kannst du Labyrinth immer kommen? Ja, dann starten wir neu. Revelio. Dieses missverstandene Artefakt ist angeblich wichtig für die Muggelkriegsführung. Aber die meisten Zauberer finden die Aussicht, eine so schwere Waffe zu fehlen, völlig unverständlich. Du, die ist ne Kanune, ne? Ne Kanune. Kommentar unter deinem Weltrekord sind die besten. Ja, wahrscheinlich sind da irgendwelche Leute, die sich dann wieder aufregen und sagen, das ist kein Weltrekord. Ich war viel schneller. Aber ist doch lustig, Bomfer. Ist nicht online. Die besten Liste zeigen nur Ingame-NPC-Seiten. Wenn du da also Platz 1 hast, das legt die Muggelkriegsführung. Das müssen wir wieder lang. Ja. Oh, hier ist ja ein Weihnachtsbaum. Warte mal, sind wir nicht... Warte mal. Puh... Revelio. Immer wieder schön anzusehen. Jetzt sind wir echt die Besten. Revelio. 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 Da gibt es bestimmt über mir. Revelio. ich habe king dem herz nie gespielt von daher höre ich immer nur die mucke hier ohne mode vacation was ist das da ist der hut da ist er drinnen ich habe ihn da ist er drinnen da ist er endlich endlich am mann wir können die wette auflösen oma wir haben ihn glückwunsch du bist jetzt mächtig jetzt bin ich endlich im club der coolen zauberer endlich auch nur eine coole sonnenbrille immer dies hier schon amfang angetragen wir haben ihn wir haben ihn klassischer zauberhut endlich perfekte zeitpunkt auch um essen zu gehen dann war gar nicht so klassisch so lange wie du gemacht hast du bist böse und gemein ja Ich denke, Ich lege halt in diesem Spiel voll Wert auf Typ, ich weiß nicht mehr rum. Oh, das sieht fresh aus. Ja, Mann. Aber die Brille nervt. Aber keine. Obwohl Maske, ne? Boah! Aber let's go! Ich speichere jetzt auch. Oh Gott. Endlich, Herrmann. Was ist mit der Wette? Wurde die schon aufgelöst? Was war denn die Wette eigentlich? Die ist ja, ja, bekommt die? Nö. Wo ist die Oma? Wo ist die Oma? So, Chat. Ich gehe jetzt aber eben essen, okay? Also, zwei, drei Minuten nur. Kurz paar Mal beißen. Ich habe unfassbar Hunger. Machen wir kurz Pipi-Pause. Und ihr könnt euch auch mal zu snacken holen. Wenn ihr wollt. Er hat ihn bekommen, also ja. Wie ist die Antwort? Ich habe ihn bekommen. Nö, zehn Minuten ist so viel ich will weiterspielen. Ich bin süchtig. Wer hat denn alles auf Ne getippt? Wer hat jetzt gewonnen? Komm mal. Boah. Eine halbe Million haben Ne gesagt. Ne, ich schalte keine Werbung. Big Cashout für ihr Haar. Hast du auch ihr Haar gemacht? Ne, ne. Ich habe gar nicht mitbekommen. Achso. Ich dachte schon, du hast nicht an mich geglaubt. Doch, ich habe geglaubt. Okay, ich esse kurz. Und ihr geht auf Shabbat holen und auf Toilette. Bin gleich wieder da. Bis gleich, Mila. Bis gleich. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich liebe es! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also nicht viele Charakter. Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, äh, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Char. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach ja? Warum können wir hier nicht über Tränke reden? Scheint mir in Ordnung. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunke gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Ah, sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen? Das tue ich. Und danke, Char. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Gareth. Äh, Mr. Weasley. Was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, äh, irgendwo sein? Ach, Professor. Ja, natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Äh, brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kärchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem, äh, guten Benehm, Sir. Ich habe sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billy-Wick-Stacheln verschwunden. Eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Ich... Pah, Schluss damit. Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. Hm, der alte Dieb, der... Das ist mal was für mein Tagebuch. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Mr. Gaunt. Wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Äh, ich muss einen Aufsatz über Diphtam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah, ja. Gemischt mit, ähm, Bubotubla-Eiter ergibt das eine feine, äh, Schnurrbart-Paste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo-Hospital. Mach dich ab, Junge. Mit Professor Black stimmt... Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder, äh, was auch immer. Und nun aus dem Weg! Was ist denn mit dem? Professor, auf ein Wort? Ich würde Sie gern sprechen, Professor. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir, wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Cougar... Ach doch einfach, ja. Professor, so einige Schüler haben hier schon ein Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut? Dass es jemand rein Blütiges war nun, ja, das ist noch lange kein Grund... So, ein Unsinn, äh, 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 die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich, äh, manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Bitte tun Sie das. Ich geh mir mal ganz kurz eben eine Schmerztablette holen, irgendwie... Boah, ich bin froh, dass ich Dienstag zum Zahnarzt geh. Ich komm sofort wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ekelhaft, Alter. Wo ist die Oma? Aus dem Mutti wird es schon aufgelöst. Stark und stolz, Rheinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Platz da. Habe ich den Schild gelesen, Alter? Nö. Stream geht weiter. War das mit der? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Jetzt nur das wäre, was das ist. Kommt hierher. Was findet? Hallo. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor. Das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet? Habt den Hut gefunden, wir rutschen. Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftgeister. Er ist nicht unsichtbar. Ich meine, ich hab ihn mal gesehen. Also, ja, Sir. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Oh, er legt das hier. Fast täglich frage ich mich, warum ich die Ernennung durch... Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, äh, schön Sie zu sehen. Sir? Ah, äh, da Sie schon mal da sind, könnten wir, ähm, uns über Professor Feek unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, äh, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist zu selten da. Ah, äh, nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber, Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der fünften Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Feek. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rockwoods Leute. Was? Ähm, äh, meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ähm, ich meine, ich behalte Feek im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Ich, also, ich, äh, danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Äh, ich, äh, ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Ich weiß, ob das nicht auffällt. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Feek? Ich werde diesen Mann... Boah. Das sollte Professor Feek Zeit verschaffen. Oh, wenn der Meister sieht, wäre ich wundervolle Arbeit, Scrobe, leistet. Äh, Scrobe. Scrobe! Äh, ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrobe schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Äh, ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrobe bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Hm, ja, natürlich. Ich, ähm... Der Meister erinnert sich doch sicher. Es lautet, stets reinblütig. Nicht wahr? Äh, knapp, Meister. Scrobe denkt, dass der Meister Scrobe testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auch Französisch, wie der Meister weiß. Äh, ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Äh, äh, der Meister weiß, dass Scrobes Französisch hundsmiserable ist. Äh, äh, na gut. Toujours pur. Da wäre noch etwas, Scrobe. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Ähm, welche Überraschung, Meister. Was soll Scrobe mit diesem Schatz Müll anstellen? Ich hätte müde... Was immer du willst, Scrobe, behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh, oh. Achtung, Schüler. Hiermit verfüge ich das... Oh. Oh. Boah, ich bin jetzt die krasseste in der Schule. Mmh, Fick hatte recht. Wuhu. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Oh Mann, Alter. Mein Zahn tut richtig weh. Rebellion. Alohomora. Ja, wir haben den gerade bekommen. Ich gehe nochmal ganz kurz aufs Klo. Das ist beim Gucken. Das ist beim Gucken. Das ist beim Gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Tschüss. Tschüss. Ich mache ja erst alle Nebenquests, ich will. Ich habe auch mal. Okay. Okay. Ja, Mandel, Nee, Ich bin, 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 Aber, Nicht, Ich, 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 Beleid, Ich, 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 Bestimmt hier von, mehr als nur ein Buch zu lesen. Von den Nings. Das ist bestimmt das Buch von den Heiligtümern des Todes. Erstmal ein Stück den Tee. Das kennt nämlich jedes Kind in der Zaubererwelt. Das muss das Podest sein. Ey, das ist so episch, ne? Nicht. Ich freue mich für dich. Die Geschichte von den drei Brüdern, genau. Heiligtümer des Todes. Ruhe, Chad, Ruhe. Wo bin ich? Professor Fitzgerald. Hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Niamh nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Wow, wie cool. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Umhang? Der unsichtbar mache eine unsichtbar machende Tarnomang? Ich gucke jetzt nicht auf den Chat, ich will nicht gespoilert werden, wie hier einer schreibt da heute. mit drei Männer. Der Tod? Der Tod? Armier, wo ist er? Wow. Boah, wie cool. Boah, wie cool. Boah, wie cool ist das bitte? Jetzt zack ich Fortnite und trinke Ola. Todesser. Es gibt ja noch gar keine Todesser. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Oh Gott. Da vorne ist eine Treppe. Oh Gott. Der Toto. Der Toto. Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Alkohol. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Der Tod hat den älteren Stab erschaffen. Genau wie den Umhang und den Stein. Für die drei Brüder, die eine Brücke überqueren wollten. Einen Fluss. Und die haben sich eine Brücke erschaffen und haben damit den Tod betrogen. Und dann kam der Tod und hat gesagt, so nicht, meine Freunde. Aber da ihr mich überlistet habt, denke ich euch allen drei eingeschrieben. Junge, ich bin voll der Freak, Alter. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihnen vorbei. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. So. Der eine hat sich den Stab gewünscht, weil er der mächtigste Zauberer werden wollte. Der andere den Stein, um seine tote Frau wieder zu beleben. Der andere war bescheiden, der dritte. Der hat den Umhang bekommen. Also wenn es nach den Kobolden geht, gehört der Stab also in den Tod, genau. Aber der Tod holt sich den ja immer wieder zurück, ne? Jeder Besitzer vom Älterstab wird ja umgebracht. Im Schlaf. Meistens. Das ist meine Chance. Oh, da ist er. Da ist ein Umhang. Ich werde nur die Musik hören. Das ist der riesen Umhang. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Ich sehe mich nicht, ne? Nicht mal der Tod kann mich sehen. Deshalb hat der dritte Bruder auch so lange überlebt und den Umhang an seinem Sohn weitergegeben. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Niv? Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Okay. Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuten Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Das ist der Elderstab. Er ist zum Greifen, Nautshit. Elderstab. 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 Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Gehen mal Leute zerfetzen, Alter. Da geht aber. Daneben. Ich bin noch ungeübt. Wir lernen noch. Du musst. Okay. Bader. Kommt dran, Alter. Wo muss ich hin? Komm schon! Ich bin Egoes Zauberer, Juppers. Ich bin Egoes Zauberer. 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 Aber weiß einer im Chat bringt. wenn man diese Aufgabe erledigt. kann man wieder wiederholen schlichter stein der muss für mich sein stein der weisen die kette von yugioh aber nomad in hab ich schon ein beileid liebesüße nie tot lasst uns ihr andenken für immer ehren möge uns die erinnerung an sie stets leiten sie haben mich gefunden doch sie können geschehen ist nicht rückgängig machen die magie des steins beschwört nur einen schatten meiner selbst aber es gibt kein licht ohne schatten und keinen schatten ohne licht weil sie die dunkelheit beseitigen können sollten sie das nicht immer auch tun denken sie daran wenn sie meine erinnerung sehen das sieht schon echt cool aus die weint den karium jetzt jetzt werden wir die wahrheit erfahren was sie für ihren vater getan haben bemerkenswert nicht wahr und percival braucht sich auch nicht um die gefühlsstränge oder die sache und doch dankeschön für den prime sub im zweiten dankeschön oder es gibt ein weg das alles zu beherrschen sie machen weiter kobold silber sie haben es einem kobold gesagt keine sorge er ahnt nicht was wir da verwahren wir wissen nichts über die möglichen auswirkungen die gefühle die dunkle sie klingen wie percival und ich kenne sie sehr wohl sie ist eine quelle der macht des fokus irgendwie scheint sie meine zauberkraft zu verstärken ich verstehe nicht wir können sie nutzen macht wie diese ist kein spielzeug in dem falschen sie sahen wie ich meinem vater half nie wir könnten so viel gutes tun jeder von uns trägt doch schmerz in sich die wird böse was tun sie die riecht an ihrem zauberstab schweinerei sie haben diese macht so lange verheimlicht weil sie sie fürchten ich gebe mich ihr hin ja der war bestimmt in der nase oder im ohr ja die dreht durch die alte ich sag die dreht durch genau wie der sebastian was eigentlich mila ich habe Nee, das Ende. Ach so. Ich habe gerade die dritte Aufgabe gemacht, die war voll cool. Also ich habe jetzt das Hauptding durch und boah, das ist richtig krass. Voll schön, wenn du da bist. Aber bis dahin kann ich das nochmal durchspielen. Halt's Maul. War fasziniert. Macht zu geben schien und dass sie sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Scheiße, ich habe die falsche Antwort genommen. Uns bleibt wohl nichts, als zu warten. So frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Barkar erzählten. Isidora atmet der Emotion ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotion entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheinlich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Kobold-Silber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Kobold-Schlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morganock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts? Der Turm? Schloss Rookwood? Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh. Und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Wo ist eigentlich der Omin ist? Der ist schon wieder in der Schule. Den haben wir vorhin getroffen. Als Professor Black. Hallo, Saft. Mila, einfach besser. Ja, ja, komm. Sebastian, auch nicht gesund war mal gut, Junge. Dann hat der Kurve nicht bekommen. Der sitzt bei Frankfurt Bahnhof. Ja, mit Zauberstab, mit so einem Ast, einfach eine Hand, Junge. Schreif dich an der Küste mit Sebastian. Auf jeden Fall, Alter. Der Sibi ist mein Gumpel, Junge. Grüße. Grüße. Aufregende Neuigkeiten. Meine nächste Besenverbesserung wird noch beeindruckend als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spin Witches vorbei. Aber da war ich doch schon. Die habe ich doch schon. Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickel sprechen. Ich glaube, ich kann mich davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade. Und überlegen seinen Plan. Ah, der Sibi. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Krippchitschon fertigstellen. Schaff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Oh ja, Sibi, ich komme gleich. Dann will die Weasley dann schon wieder Fußbüller schicken. Bickel sagt, dass er ihnen seine Erfahrungen mit dem Phönix mitgetät hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat einen durchaus interessanten Vorschlag für Sie. Fangen wir den Phönix? Das wäre cool. Warte, habe ich schon viele Sachen geklaut. Da ist er, klassischer Hexerwut. So. Halligruh. Guten Abend. Miele einfach mehr sucht. Ja, ist auch so. Mann, ich penne bis mittags. Da zockt die schon die ganze Zeit. Warum geht die Map nicht auf? Hallo. Ich muss kurz nach Hause. Ja, ja, da wünsche ich dir, ist vorhin gedroppt. Ich brauche Zaubertrinks. Ich muss identifizieren. Alles Crap. Ah ne, kein grüner Hexerwut, das ist jetzt meine. Ich brauche einen, kein grüner Hexerwut. Aber. Hütenwarzen. Ich muss mal eben die Tiere streicheln. Komm mir gleich in der Nüffler. Komm mir, Manfred. Ich glaube, das machen alle. Ja. Ja. Black Dom, das Spiel ist absolut cool. Also kann ich nur weiterempfehlen. Ja, warte, Deek. Ja. Ja, kommen auf jeden Fall DLCs, bin ich fest von überzeugt. Ja. 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 Multiplayer glaube ich ja nicht. Boah, ich bin nicht sicher. So, die Testrale noch eben schnell. Ja, Diek, chill. Oh, die haben Spielsachen, die Kiste stand da. Wo ist der Testralbaby da vorne? Mein shiny Amazon Prime. Wieso? Aber selbst wenn ich die aufmache und rausgehe, dann ist die wieder zu. Ich muss aktiv mit den spielen. Ähm. Ein Flieg, was aufregende. Ja, du könntest aus diesem Ding so ein MMORPG machen, das wäre richtig wild. Das stimmt schon. Oh Gott, ey, da war es, oh, Quops, wieder GTA machen, glaube ich. Du hast ja jetzt schon coolere Features umgesetzt, als wie ein WoW. Guck mal, wie man hier Tränke braut und so. Obwohl die Garnition, da kannst du so ein Quatsch auch machen, ne? Aber vom Visuellen sah das nicht so cool aus. So, und für den nächsten Mal, was sind mir die zwei noch? Imagine, du kaufst dein Haus, dein MMORPG, kannst alles so machen, wie du willst. Da hat das Problem, wird dann einfach nur sein. Du hast keine anderen Spieler, siehst du, weil alle bei sich im Haus wieder chillen. Wird jetzt in GTA auch der Fall ist. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Ach hier. Oder es gibt keine Hobbits in Hogwarts. Ja, aber ihr dürft nicht vergessen, Harry Potter IP ist sehr speziell, ne? Das ist nicht wie GTA, wo du so Real-Life-IP machst. Quasi. Die Leute, die Harry Potter IP machen, die müssen sich auch mit der Links auskennen. Mit dem Universum und so. Oder du musst halt echt, du brauchst halt echt gute Lehrer, die dir das MMORP beibringen. Wie komme ich da hin? Hallo, Kaiser. Zeit für einen Ausflug. Los! Warum fliegt denn der nicht hoch? Was? Äh. Was? Komme ich denn? Sieht interessant aus. Komme ich das. Komme ich das. Dann muss ich die fetzen jetzt. Komme ich das. 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 Wie glaubt man ihn denn? Komme ich das. 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 den kann man ja gar nicht wie willst du den denn die mit super treffen mann bin ich dumm expedia muss man und dann hat er keine waffe mehr dankeschön erpino erpino der einzige der im chat ist manche halten sie für ein schlechtes ohm nicht unbedingt das weiß ich na gut ich mache nur konversation ich will diesen berg nicht schweigend hinaufwandern nö oder ich glaube einfach Der Chat spielt selber, können alle nicht warten, bis hier durch ist Ach komm Rage, alles ist gut, ich meine nur Spaß Ich kenne den Chat doch gar nicht anders Das ist aber nicht, ja, ja, komm Dankeschön, Schwein, Dankeschön Komm, Sebastian Das ist wieder eine Pflanze Das Testralennest muss in der Nähe sein Oh, chill mal, Junge Okay Bein in die Pommes Oh wow Finde Ingenieur 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 Imperium Ingenieur Man, jetzt bin ich einfach so mächtig. Okay, ohne diesen Einzauber. Okay, ohne diesen Einzauber. Okay, ohne diesen Einzauber. Okay. 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 Boah, so viel tun hier und sowas. Okay. Oh, Bind 1. Aber den habe ich schon, den schwarzen Hut. Oh, die gehe ich mir holen. Oh, war klar, dass das schon wieder ein Rätsel ist. Achio. Reveglio. Ja, Oma, ich habe den Hut bekommen. Hallo Streiter. Da gehst du einmal basteln, Oma. Reveglio. Oh, weißt du was? Ich glaube... Ich glaube, ich spiele so. Hast du halt verpasst, Omi. Jetzt bin ich vollwertiger Zauberer im Club von Mila. Mila hat den Hut gar nicht geschenkt, du Lügner. Ha, bin hier mit meinem Kumpel Sebastian unterwegs. Ein paar Kobolde-Fetzen und so. Ein paar Hauptschüler war da kein davon. Reveglio. Alles aus Kobold-Silber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis. Boah. Herr Kobold. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ha, ha, hukele. Chatter. Rennrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Ne, Leranta. Ich habe den On-Stream gelootet. Chatter ist mein Zeuge. Zumindest die, die wach sind. Gibt bestimmt einen Cliff. Hier liegt jemand tot, aber ich muss jetzt looten. Hier ist der Hut nämlich nochmal drin. Scheiße. Who is that? Sehr geehrte Einwohner. In zwei Wochen wird der Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums so Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisten inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kulten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zuchtbemühungen lebenslange Inhaftierung in Asgaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zauberministerium. Ich glaube, hier ist jemand tot. Versteinert vielleicht. Allraune? Nö, ist tot. Pompade. 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 Los, Fiener. Ihr seid frei. Lumos. Lumos. Gar nicht. Ich bist gar nicht blind. Rievelion. Zauberer. Renrock hat das kapiert und ich gebe mir alle Mühe ihnen. Klazio, Definde, Rombada. 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 Kurts looten! Klazio, Definde, Rombada. Oh! Ja, wütend und frustriert. bist. Ja, wütend und frustriert. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf! Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Hallo, ich bin ein besonderer Fünfklässler. Ja, ich beherrsche die alte Magie. Deshalb bin ich auch so stark. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß. und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Wie lustiger ist es, dass ich die ganze Zeit unverzeihliche Flüche benutze. Und ich noch minderjährig bin. Eigentlich müsste das Zauberministerium davon erfahren. Ich vertraue dir wirklich. Dadurch zauber. Und ohne dich kann ich er nicht helfen. Askaban eigentlich. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Nee, machst du das nicht? Nee, mach ich noch nicht. Aber Musik macht mit Glocken. Revelyo. Stimmt, ich habe eine Maske auf. Die dürfen mich gar nicht erkennen. Komm, die in eine Suppenküche. Mus war da hoch. Rennrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Revelyo. Alles neu. Kiste. Hast du doch. Hola, chalola. Hallo, Charlie. Es gibt eine Szene oder einen Ort mit den Glocken. Da muss man welche in der Einfolge spielen, dass sie viele Musik ergeben. Okay, habe ich glaube, ich noch nicht gefunden. Also ich hatte so Glocken, ja. Aber da bin ich nicht weitergekommen. Das war in dem Turm, da ist so eine Glocke runtergefallen. Und die muss man wieder reparieren. Die Eulenglocken, ja genau. Da habe ich keine Ahnung gehabt. Doofkopf? Selber Doofkopf. Oh nein, Master Dankeschön, brauchst du nicht. Ich versuche immer alles alleine rauszufinden. Du bist ein Doofkopf. Ich werde den Mond keinem auf den Arsch schauen. Spinnen sind kein Problem. Ich werde den Mond nehmen. Was? Ich nehme mich her. Geht keinen Bock mehr. Spinnen? das sei mit dem perl versuchte gegen einen anderen besiegen die kämpfung wo ist denn meine große schritte warum kämpfen die nicht schädige einen laura in der luft ok und 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 Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Das gefällt mir aber irgendwie doch nicht. Ja, obwohl. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Moin! 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 Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Ton, was ist mit Ton? Lüft doch alles, seit man ein schwarzer Zauberhut. Seit heute muss das, vor einer Stunde oder so, haben wir den gelootet. Habe ich auch gelootet. Kann man alle zum VOD gucken. Ich bin kein Betrüger. Ich bin ein ganz, ganz ungutes Gefühl hier. Das ist mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Es ist ein Lüft. Lazio. Es ist hindurch. Oba. Es ist hindurch. Lazio. Es hindurch. Ich versuchze meinen Stuhl vom Hormen requirements. Allo hole. Stufor! Platio! Bombard! Imperio! Constringo! Platio! Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Ich bin schon ein krasser Zauberer, muss man sagen. All die Truhen. Ist das Glück, oder? Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Boah, ich habe nur eine Statue gefunden. Incentivate! Endlich können wir raus! Incentivate! Gar nichts habe ich gestohlen. Ehrenamtlich verdient habe ich mir die Zauberhut. Revedio! Mir ist ein Durchbruch geglückt. Die Fähigkeiten, die ich mit meinen Lehrern verfeinert habe und die mir geholfen haben, solche schöne Säulen zu beschwören, wären in der delikaten Angelegenheit, der ich mich nun widmen werde, noch viel mehr vonnöten sein. Es fühlt sich etwa so an, als würde ich eine Erinnerung entfernen. Aber der magische Vorgang ist ein völlig anderer. Als ich auch das leiseste, flüsternde Schmerz gleich über den Herzen aus meiner Brust zog, erschien ein dünner und flüchtiger Nebel, der so gleich begann, sich aufzulösen. Ich empfand eine Woge von Erleichterung gerade so, als wüsste ich ganz genau, dass ich das Richtige tate. Nun frage ich mich, ob dieser Nebel nicht aufbewahrt werden könnte. Wenn wir Erinnerungen in einem Denkarium aufheben können, muss doch auch dieses Extrakt für genaue Untersuchungen aufbewahrt werden können. Oh, großer Gegner. Scheiße. Nichts gut. Komm. Genau, Box ist erstmal alles weg. Schön. Wenn ich sehen kann. Warum nicht den Troll die Arbeit für sich machen lassen? Wie Mila mir beigebracht hat vorhin. Und dann gehe ich hin und schlag für den Trollhack. Und dann gehe ich hin Schlau musst du sein. Das ist meine Taktik. Die habe ich erfunden. Wer ist der beste Magier? Was willst du machen, wenn du nichts tun kannst? Mila ist die beste Hexe. Ja, das kann sein. Aber ich bin der beste Zauberer. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Ich snooops. Du bist nur blutig. Ich glaube mein... Stimmt irgendwann nicht. Hilfe. Ich trete auch immer wieder ins Fettnipfchen, Alter. Hilfe. 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 Bester Magier hätte sich rausgezaubert. Was wollte er mir jetzt sehen? Zack, bin ich wieder da. Und jetzt? Jetzt gehe ich ein Stück weg. Die Kiste habe ich schon gelootet. Habe ich leider nicht gesehen. Ich musste mich auf andere Dinge konzentrieren. Repare. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Guck mal, wie ich hier rumstulziehe. Revelyon. Meine solche Freude, mein Vater, nach all diesen Jahren. Wir erreichen den Vorsprung nicht. Egal, wie hoch wir springen. Ich kann nicht den Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wir können sie tatenlos nachstehen und nichts tun, wenn noch so viel Gutes in ihrer Macht liegt. Wie kann Professor Rackau, aus Zwickau, sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewählt, mir zu helfen. Bis ich hier sicher bin, muss ich meine Arbeit alleine fortführen, wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwarnen, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Boah, Alter. Halt, Maul, das ist ja, komm. Ja, ach echt? Zum Glück kann ich lesen, Schatz, sonst hätten wir echt verkackt. Sonst hättet ihr von dem Spiel gar nichts mitbekommen. Besser ist es, Oma. Du warst ja nicht mehr dabei, als ich den mächtigsten Zauberhut in Hogwarts gelootet habe. Das war gewollt. Ich wollte nur ausmessen, wie hoch das ist. Das sind übrigens so 23 Meter. Gute Nachtgeschichten waren nur für Mila. Da war ja auch nichts Besonderes mehr. Hat er jeder inzwischen. Für mich war es besonders, ja? Okay, Mila, bis gleich, ja? Ja, ja. 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 Ich habe schon wieder alles voll. Boah. Wo denn? Tatsache. Tatsache. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Wie cool ist das bitte? Ich hatte letztes Mal gewundert, warum ich einfach Dings benutze. Arceo. Äh, wegen Gadum Liviosa, wenn ich Arceo benutze. Herr Jigso, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 43. Monat. Unge. Unge. Das kann keine Sagasse sein. Incentior. Nein. Dankeschön. Ich fühle, wie meine Fähigkeit von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu so viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme. spüre ich, wie mächtiger ich werde. Wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für einen Mut belohnt. Als würde ich für meinen Mut belohnt. Oder dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich halt voll einander klatsche, Junge. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee. Die ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Da hat jemand die Möglichkeit gefunden, den Schmerz aus Leuten rauszuholen und das Erste, was die Macht ist, dann einatmen, um mächtiger zu werden und selber Leid zu verbreiten. Also ehrlich. Kein Wunder, dass Voldemort so ausgerastet ist. Der Wunder hat mich nicht, dass der so eine Nämel ist, der hatte. Ehrlich nicht. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend sein, dass ich können. Ist denn noch eine Rune? Oh, okay. Jetzt sollte die reichen. Glänze platt oder what? Ein weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Wenn ich das fließend sprechen könnte, würde ich einen AP-Charakter rausmachen. Wie könnte ich nur so einen enttäuschen, ne? Die Schuhleiterin bergert sich, mir zu helfen. Ich habe versucht, es jetzt zu erklären. Aber sie ist ebenso wenig wie die Angler blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich nicht nur auf mich selbst, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute, die Schrift hat es aber auch weird ein bisschen, aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor. Und das habe ich in der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Weg teilen kann. Falls nicht, das klingt irgendwie so, als wir die Bestätigung für ihren Scheiß suchen, Alter. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, den sie nach mir folgen können. Einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es, ihnen zu verbringen, was ich nicht kann, die ganze Welt teilen. Ja, ja. Welt teilen, Alter. Können er mit zuerst? Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Boah, so viele Briefe hier. Das letzte Stück für das Triptychon. Ach so, ich habe mir die ganze Zeit die Briefe. Uiuiui. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Ja, aber da machen wir doch. Chill mal. Revealio. So ein unfassbar schönes, cooles Spiel. Die Story ist auch richtig sexy. Und jetzt geht's ab wieder in irgendeine Kammer an den Krypto. Was ist das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Oder was ist mit der Wader? Achso. Ah, das letzte Stück für... Ah, ja, 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 ja. Das ist es. Komm schnell, Sebastian. Komm schnell. Ich freue mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Na komm. Einen Berg. Aber was habe ich denn für große Augen gerade in der Maske gehabt? Was ist denn mit meinen Augen los? Was ist denn? Finden wir es raus. Blüpp, 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 blüpp. Das ist ihr Papa. Nein, die Augen waren voll groß wie beim Glüppschi. Mein Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Mama hat das nicht schon gesehen? Es geht los. Äh, das haben wir doch schon gesehen. Ihr holt doch jetzt das Zeug aus dem Geld. Ja, das klang ein bisschen falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Die Traurigkeit, die Emotionen. Oh, da kommt jetzt die wahre Geschichte. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Wir schon, ja, hatten wir auch. Oma passt auf. Jetzt kriegt die doch Ärger, weil die Magie noch nicht erkundet wurde. Erforscht. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Ah, Rückblick. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Kobold Silber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung. Das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild. Das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Der ist mich voll am motivieren. Der ist mein bestester Freund. Boah, ich dachte, Sebastian war das. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Ja, warum? Warum, Sebastian? Warum? Warum? Ich muss ehrlich sagen, dass die Storyline mit Sebastian mir besser gefällt, als die Hauptstory. Aber da war ja, glaube ich, die Hauptstory, ne? Was gehört dazu, Hauptstory? So gehört es jetzt. Nee, im Bett wird weitergeschaut. Hallo, Mila, warst du weg? Nö. Wo warst du? Na, hier. Hi. Hi. Wie ist mir so einem kleinen Dorf wohlgeholen? Pudding geholt. Ja. Hast du gar nicht. Und wenn doch? Dann will ich das auslecken. Hey, der Sebastian darf gar nicht mehr in sein Dorf zurück. Wie können die helfen, Anne? Wie können die helfen, Anne? Nun gut. Wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Ja, mach ich gleich zurück. Verlassen? Egal. Du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Schau mal selbst der Schnee auf den Haaren. Bitte. Ich versuche es. Und auf den Blut. Ich melde mich. Jetzt geh aber ganz schnell wieder rein, Anne. Du bist krank. Du hast Hustmädchen. Geh. Geh. Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir schaffen das. Wir müssen nur Anne in die Katakombe bringen und rausfinden, wie wir ein dunkles Opfer darbringen. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regle das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Glaubst du, dein Onkel würde alles dem Ministerium... Ja, Kevin, habe ich den Hallo. Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magie ein. Wie kann er nur... Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Natürlich. Bis bald dann. Bis bald dann. Mach's gut, Sebastian. Was ist das hier? Die Bewohner von Feldcraft nutzen sie gelegentlich, um sich in der Zerberei zu üben, vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Kurbau-Angriffe. Also, ich will es mal zeigen, wie das geht. Weg mit dir, du Schmutz. Vielleicht bin ich ein krasser Zauberer. Nimmst du mich in deinen Hexenzirkel auf? Komm, ich hab auch den Hut. Komm schon. Mal schauen. Nicht nach so weit. Erst mal verticken hier. Da muss ich mich mit meiner obersten Hexe beraten. Oma Sandra? Mhm. Bitte. Ja, genau. Schaltbiss. Also, die Oma hat schon jetzt im Chat geschrieben. Es zählt aber noch gar nicht, weil wir müssen erstmal in den Hexenrat. Machen wir das mit den Drachen so lange weiter, bis der Sebastian sich meldet. Aufnahme, Rituales Hut verbrennen. Auf gar keinen Fall. Die Skyletz, die von Ravenclaw, nee, auch guckst du dir an, Bruder. Von Ravenclaw ist voll cool. Ich hab die leider noch nicht gesehen. Ich hab nur von Gryffindor die gesehen und Hufflepuff und die sehen beide kacke aus. Wir zeigen. Hui. Schickst du mir Screen? Oh, boah. Die Fischüssel. Die Oberschreib Slytherin ist besser als Ravenclaw. Bist du sicher, dass die noch zu deinem Hexenzirkel gehört? Nein, jetzt nicht. You were kicked from the server. Hey, hey. Sechseinhalb Stunden schon wieder. Oh Gott, was ist denn heute überhaupt für ein Tag? Samstag, ne? Ich sag, wie das ist. Ich komm selbst Dienstag, Alter. Obwohl, eigentlich müsst ihr das morgen ja schaffen. Wenn wir heute noch ein bisschen spielen, zwei Stunden so. Stimmt, wir haben schon Sonntag. Heute noch zocken. bis Montag müssen wir das Spielein geschaffen werden. Ich hab dir geschickt. Okay, warte. Musst kurz gucken. Bei Dienstag hab ich Zahnarzttermin. Da werd ich wahrscheinlich nicht quatschen können. Musst kurz Discord starten. Habt ihr das immer aus? Kommt drauf an, ne? Wenn die dir, also wenn du eine Entzündung hast, dann geben die dir vielleicht erstmal so Antibiotika. Ne, die Entzündung ist schon weg. Okay. Boah, doch. Sieht auch cool aus. Warte, ich schick mir im Chat. Doch, sieht auch cool aus. Ja, und die Oma sagt, du sollst deine Hogwarts-Channel reinmachen. So, morgen um 0.30 ist vorbei. Wie? Ja, oh, der Ravenclaw-Ding ist auch cool. Ne, die Entzündung ist schon weg. Ich hab grad halt beim Essen hab ich da irgendwas kaputt gemacht am Zahn wieder. Warum sieht die so geil aus bei ihr? What the fuck? Naja, sobald du zauberst, leuchtet der Rücken, ne? Vielleicht habt ihr die Texturen ohne oder so. Ein Glück, dir geht's gut. Ja, geht's mir gut. Da bist du ja. Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle Ach, für mich war ein Superbowl. Jo, Gaming-Channel mach ich auch. Ich spiel erst ein, komplett auf 100. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Aber weicht die Story von den anderen Häusern super ab? Oder sind das nur so einzelne Missionen? Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch. Was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Hey Merlin Sparth, du bist ein Genie! Die Zentaurin! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen! Reden wir mit den Zentauren! Ich kenne mich mit Zentauren aus, ich arbeite mit denen gemeinsam. Den dicken Arsch. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ja, du musst lachen, wenn ich einen Witz mache. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Was war das denn, Alter? Witzig. Boah, du bist so ein Grießkram. Nee, ehrlich. Ach, cool. Hm. Bödiis. So eine Kuh. Erstmal durch den Tunnel fliegen. Nimbus 3000. Nee, ich habe den Chinkemieler hier. Der sieht ein bisschen aus wie Aki Esch aus World of Warcraft, den Stab von Medi. Oh, nur so mit den Schleiern. Und mit der Kugelung drauf da. Boah! Reveglio! Also, Hogsmeade ist echt eine Katastrophe, was die FPS angeht. Hm. Fimmst du? Bist du bereit, Halo zu erledigen? Ich bin bereit, Halo zu erledigen. Du stehst auf meiner Todesliste, seitdem ich angefangen habe? Ich bin bereit, Halo zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickels Freunden, von denen Aki und Mrs. Bickel sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, so wie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Nun gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Halo erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Merkt euch meinen Namen, Theodore Higgins. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Oui. Reveillon. Hogsmeade. Ach, das habe ich jetzt erst entdeckt. Das einzige echte Zaubererdorf in Großvitranien ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hochschulamt in den Klazer. Aber nur mit Muttis Zettel, nicht vergessen. Harry durfte auch nicht mit, weil er hat keine Eltern. Und die McGonagall wollte nicht unterschreiben. Die blöde Ziegeli. Propaganda. Propaganda. So lange keine Mieze kotzt mir gestreichelt. Das war Propaganda von dem Typen. Was ist mit dem los? Ja, genau, Junge. Jo, Alter. Diese scheiß Junkies hier in Hogsmeade. Richtig Frankfurt Hauptbahnhof hier, Alter. Verträgter Junkie, du Junge. Ziehen die sich hier die Zaubertränke rein, Alter. Ach, guten Tag. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickel beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickel geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlow's Rache und habe mich geweigert. Sie hätten vielleicht Mr. Bickels Schicksal geteilt, wenn Sie gegen Harlow ausgesagt hätten. Ich vermute, da haben Sie leider recht. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau Darzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davon ging, lachend. Der Penner. Ich war tief erschüttert. Er bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Mach ich. Welches Minigame denn? Harlow mag ich nicht, wenn Leute reden. Aber das ist dir bekannt. Nun zu Mr. Bickels anderen zwei Freunden. Welches Minigame denn mit Harlow? Meinst du, meinst du das Schloss knacken? Guck mal, der Karim ist auch im Spiel, macht wieder Werbung. Warum das Schloss knacken, geht doch ziemlich schnell. Wer ist Karim? Stimmt, den haben wir ja gebannt. Ganz vergessen. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Ah, die steht vor mir. Oh, Isco, was habe ich getan? Ich habe mir ein Schlückchen trinken, ey. Okay, sieh. Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickels befreundet und versuche Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank. Was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isco. Aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Ray. Relevant ist jemand. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich. Wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickel wollte uns helfen. Doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Ray. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Ja. Mrs. Ray. Wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügige, bemessene Bedingtheit gewährt. Aber unsere Ridulg neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Sie ihr Gattes begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche in Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was wir meinen. Das ist ein gutes Beweis. Die Amigos. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickels fehlt noch. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Bei Besenknechts, Alter. Otto. Die Beams. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble. Kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickel gesprochen. Sie kennen die Bickels? Na gut. Aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann. Aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit sechs Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie, sowie meine Anstellung hier, von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Wir haben auch alle so krass... Das ist aber super gut vertont, ne? Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Haben die alle krasse Stimmen, Alter? Ich sammle Beweise, um Alu zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf. Er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Roses Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Äh, der Sack liegt direkt vor dir. Ich nehme ihn. Danke. Jetzt muss ich Natti finden. Also die deutsche Vertonung ist absolut krass. Da haben sie aber auch alles, alles angeworben, was geht, Alter. Bestimmt die eine ist auch dabei. Die spielt bestimmt auch einen Charakter. Wie hieß die Nummer? Ah, Mann ey. Wie hieß die denn nochmal, diese... Voice-Actor-Dame. Aus Deutschland. Die habe ich auch mal in Pegel gespielt. Lara? Ja, ich glaube schon, ne? Lara Croft? Loft irgendwie so. Die ist bestimmt auch hier dabei. Sie ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Klarer Luft genug. Mila, spricht sie auch eine Rolle? Warum ignorierst du mich eigentlich immer, Girl? Girl? Hä? Warum ignorierst du mich immer? Ignorier gar nicht. Doch. Jedes Mal, wenn ich etwas frage, kriege ich keine Antwort. Wirst du jetzt nicht mal jetzt, kriege ich eine Antwort. Mann, ich mach doch gerade was. Warte, du musst hier irgendwo sein. Dann sag doch einfach, ich mach gerade was. Warte kurz. Hier kannst du dir nicht denken, ne? Doch, gar nicht. Oh, oh, ihr Zauberstab ist hier. Hat sie's Zauberstab? Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Reveglio wird mir zeigen, wo sie ist. Wo ist die? Ich warne euch. Deine Schüler kriegen, was sie verdienen. Ihr dreckigen Verbrecher. Ich schlachte euch alle ab. Reveglio. Nachdem muss hier vorbeigekommen sein. Ich ist im Keller. Ich muss... Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch... Achio. Der Riechmüller. Ich meine ja nur die Stimme. Eine Geheimtür. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Aber erst klauen. Ich sollte unentdeckt bleiben. Nicht? Reveglio. Reveglio. Achio, Incentrum, Bombardier. Achio, Incentrum, Expulsion. Bombardier. Achio, Incentrum, Elektrizität. Imperium. Incentrum. Achio, Incentrum. Bombardier. Achio, Incentrum. Was hast du getan? Dafür mach ich. Bombardier. Achio, Incentrum. Bombardier. Achio, Incentrum. Rebellion. Schon wieder nicht verkauft, ne? Gott. Achio, das ist der Liebesbrief. Lieber, mein lieber Otto, ich hab deine letzten Briefe wieder und wieder gelesen und werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir scheut es bei den Gedanken, dass ich dich nur für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Was habe ich? Ja, wo hast du, was? Achso, ich hab verkauft. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir uns für unsere Verloren, ne, an dem, wir unsere Verloren mit denen, die wir lieben, teilen können. Besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse ever stabilisiert haben. Und ich weiß, dass du alles in deiner Macht stehende tust, bis eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch dir zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen. Voller Zärtlichkeit, deine Mila. Ich verstehe nicht, weil das Lachen gibt. Du hast mir schon oft solche Briefe geschrieben. Was stöhnt denn hier so? Du hast es die richtige Ab inclination. Du hast mich nicht gekippt. Du bist die Leute dabei haben. Du hast dich doch Deepf频. Du hast dich. Du hast auch gesagt. Brauchstest. Du hast. Rebellion Man, da wird schon noch gar nicht hin Hier ist wieder mein legendärer Sinne Nur für mich Danke, ich doch Rebellion Bist mir lieb, wie eine Augury, der vom kommenden Regen singt Wie ein treuer Krupp warte ich hier, auf das der Wind dich zu mir bringt Mein Herz verzaubert, das hast du, und nun bin ich ganz die deine Auch ich hab's gewusst im Nu, du bist mir ewiglich der eine Mila Morgen Gar nicht Was hast du mir geschrieben? Kannst beweisen Irgendjemand macht hier super komische Geräusche Na ja, schlimmer Äh, ja, ich komm gleich wieder Keine Ach komm Ich weiß, dass ich mir das nicht einbinde. Ist da jemand? Was hast du denn da? Mach ich die Perse. Du wirst die Erinnerung. Du wirst die Erinnerung. Das ist das. Das wirst du. Du wirst die Erinnerung. Das wird Spaß machen. Protego, du. Achio, komm weiter. Expelliarmus. Achio, du. Na, wo willst denn du hin? Reveilion. Da musst du dich schon bieten. Tod, mein Ohr. Imperium. Oh, oh, oh. Ah, total. Ah. Hm. Reveilion. So nicht, mein Freund. So nicht. So nicht. So, und jetzt geh ich den anderen helfen. Oh mein Gott, was war das? Reveilion. Wie nur, soll ich der nur helfen? Ach, der ist doch. Mr. Rape. Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau. Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Oder du bist so alt wie ich? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Nati kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab? Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald sie frei sind. Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe. Könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin hat es. Er muss blockiert sein. Mr. Raves Stab könnte da drin sein. Die Kiste stand aber gerade noch nicht da. Mr. Raves Zauberstab. Er wird erleichtert sein. Mr. Rave, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Wow. Und dafür bin ich jetzt... Ey, wir haben gerade Fliegen freigeschaltet und kann mir ein Besen kaufen. Sind alle Besen gleich schnell oder haben die Besseren? Wofür du bist? Nee, die sind alle gleich. Schaltest mit der Zeit dann noch Verbesserung dafür frei. Nimm dir den, der dir am besten gefällt. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Seah. Wo kann der disapparieren? Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Immer gerne. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Oh weh, wir können in diesem Spiel später nicht disapparieren. Oder zumindest in diesem Flug haben. Ich hoffe auch. Lumos. Lumos. Jetzt aber schnell weg hier. Vielleicht werden die jetzt sehen. Guck mal her, die trocknen ihr Weed, alter. Weaselweed. Einfach voll der Haschkeller, alter. Haschisch. Ach komm, auf jeden Fall DLCs für, alter. Kannst du mir jetzt sehen, was du willst. 100 pro. Weil der da noch alles gibt. Der Trimagische Turnier. Alles, alter. Natsai Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschreckung. Wer den Cent nicht ehrt, ne? Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihnen hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, da sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer. Natti und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natti. Ergebess Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin ihnen dankbar für ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Ich bin frech. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Na zwei, sie möchten sicher mit ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird es nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Jo, mache die Hut. Ey, kein Problem, ne? Musst mir auch kein Gold geben oder so. Alles kein Problem. Wir sind bei... 59%. Ich habe einen von Ranrocks Bohren in einer Miene an der Küste gefunden. Ich beabsichtige, ihn zu zerstören. Ich habe es satt, mit ihnen zu diskutieren. Sie sind herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Aber wenn ich sie dort nicht antreffe, werde ich sie ansprechen, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für sie. Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zintauren um den Schutz der Schnatzer binden kann. Wir sollten schnell handeln. Aber die wilde Rauch... Was? Omas? Omas Tagebücher haben. Müssen wir ihnen einen Schritt voraus heilen. Hilf mich im verbotenen Wald, Puppi. Die ganzen... Oh, Sebastian. Das Relikt ist ja schluss, zwar das Rettung, ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldkraft, sobald du kannst. Ich glaube, die Nachricht ist alt. Ich glaube, aber die Nachricht ist alt. Wir nennen da Aufträge... Black Sido. Hallo, Austria-Bauer. Was geht? Rebellion! Ohne, Alter. Ohne, Alter. Sag mal, wo ist denn der? Passt du deinem düsteren Magier? Ja? Bin ja auch böse. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Panzerknacker, der Sprechnot hat dich eingestellt. Kein Haus, du bist ein Muggel. Der Bot lügt nicht. Aber, ach da. Mariska ist auch ein Muggel. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Rebellion. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Wenn wir noch nicht mehr gehen. Ob Ranrock und seine Leute da drin sind? Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Ich würde es in den Elden Riem verzweifeln sehen, dass wert. Soll ja auch unfassbar gut sein, das Spiel. Ne? Hab ich aber noch nie gespielt. Rebellion. Was für eine riesige Mine. Was denn? Lord Gok. Wo steckst du nur? Wo steckst du nur? Hier stimmt was nicht. Achio. Ich kann mich aber noch nicht mehr machen. Oh nein. Ich muss jetzt nicht mehr aufschreiben. Aber ich muss sogar noch morgens anhängen. Ich muss nicht aufpassen. Hier ist es auf. Ich muss von der Anpassung. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Helden bringen? wir können eine eisenbahn kann wie bei gringotts aber diesmal habe ich das steuer in der hand wie tiefes wohl hinab das davon muss das ende sein noch ein moge Kann ich das hier schon anzaubern? Rebellion! Oh, das collections. Oh, is das aber früher? Yeah, ich habe den Vater. Du bist der Vater. Ich kann den Vater und mich nicht dran aiuchen. Achilla. 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 Hmm, W-Mode. Achio, Vengardium Leviosa, Achio, Vengardium Leviosa, Rebellion. Scheiße. Ich mag Rebellion. Incendium. Rebellion. 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 Oh, Michael! Oh, Michael! Oh, Michael! Pompada! Oh, Dio! Dincendio! Oh, Dio! Ich hoffe, das Locker ist nicht über den Weg. Arresto, Momentum! Protegu! Du hältst dich versorgt, du. Aua. Auf den Expo. Wow. Man, ich wollte die Aufgabe machen. Warum mache ich das denn auch? Warum spielst du denn nicht, Mana? Ach so, kannst du nicht leisten. Reveilion. Entfernung. Ist da jemand? Das geht nicht gut für dich aus. Ich werde nicht tun. Wirst du tun, was hält dir ein? Renrock ist hier. Du hast das noch. Entfernung. Radio. Hehehe. Ich bin 21. Sch45, Was metropolitan. Da ist kein Stadpunkt. Ich werde nicht. Möge! Komm weiter! Und nach! Atme! Entschuldigung! Der Hand ist allein Renrock schuld! Hm. Die Geräte werden mit Dampfbetrieb. 3D! Ja, aber das ist doch der... Der Aufzug von oben. Fahre ich jetzt wieder zurück? Rivelio! Scheiße, so wenig! Bombarde! Scheiße, ich hab nicht voll verlaufen! Boah, Torbogen Und nur dafür bin ich jetzt hingekommen Okay Sveni begrüßt alle, das ist nicht für den E-Mode Bin ich gar nicht Bin ich fit? Ja Rebellion Rebellion Incentrum Rebellion 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 Los, schlagst du alle kaputt. Ja, hausen alle kaputt. Das sind die. Achill. Ich weiß es, schlagst du kuhn. Bombada. Bombada. Was ist hier? Imperium! Petri, die kommt total los. Entspann dich, mein großer Freund. Rivelio. Genau. Entspann dich mal, mein großer Freund. Ja, wie, Oma, das ist Taktik. Dankeschön, Epino. Achso, Gesundheit. Ja, ich mach schon meinen zweiten. Fängst du schon deinen zweiten Charakter an? Ja, mit Hufflepuff. Mit Hufflepuff. Hufflepuff, und das wird mein böser Charakter, weil niemand würde das von Hufflepuff erwarten. Das stimmt. Und das macht mich doppelt so böse. Das stimmt. Du könntest zum Beispiel in die Suppe spucken. Mhm. Weil Hufflepuff kochen ja gerne. Das wird niemand erwarten, dass der Trollpopel drin ist. In meinem Konfant. 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 Rebellion. Ja, das ist eine gute Frage, wo ich jetzt hier hin muss. Was? Was habe ich denn da gerade aktiviert? Ich denke mal, ich muss wieder nach oben, ne? Du, den geht auch morgen. Ja, dann geh ich doch mal dahin, ne? Wenn du das denkst, ne? Dann geht auch morgen. Ja, sehr. Da mach ich auch, ne? Moin, hier. Ja, das ist mein Plan. Ja sicher. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss, ne? Ja scheiße, ne? Scheiße. Da war ich schon. Fuck. Wo muss ich denn hier? Hast du dein Croissant wohl nicht dabei? Mein Croissant. Mein Croissant. Mein Croissant. Da oben? Ich bin mal Butter bei der Fische, Junge. Heilige Makrele. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz, ne? Da unten war ich. Da kamen wir zu dem Dings, den Hebel, den ich umschalten musste. Mein Junge, tust du mal ein bisschen nachdenken? Ja sicher, ne? Da unten. Das sind Judos. Da an der Seite. Aber ich guck, da kommen wir nicht hin. Aber da ist kein Door. Hier siehst du wohl, hast du den Weg ja, ne? Ne, ne. Hier war ich ja schon. Hier war ich ja schon. Hier war ich ja schon. Und damit bin ich doch auch schon gefahren. Boah, das ist manchmal so verwirrend. Was? Ach, sag mal, Jung, du hast gar nicht den... Ach, Mensch. Ne, komm. Warte hin. Ne, ich glaub, ich bin richtig. Ich weiß aber nur nicht. Das sehen wir gleich. Oder? Ist das richtig hier? Ne, das ist falsch. Ne. Weißt du. Die war ich schon. Das war ja klar. Du hast dich wieder nicht genug umgeguckt, ne? Ja, ich mach so. Ich bin nur dabei. Hahaha. Hahaha. Wollt sie? Hahaha. 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 Vor allem weil der Dieter wundet. Hahaha. Oh, hier geht der drunter, ne? Ich glaube, das ist der richtige Weg, du. Oder? Okay, so fünf an der Kiste. Aber jetzt kann ich nicht aufhören, so zu reden, Alter. Super schlimm. Jowie. Was hat er beschlossen hier? Hey. Also, Chat, ich sag ganz ehrlich, wenn ihr ein IQ unter 100 habt, kauft euch das nicht. Ey, Junge, bist du den ganzen Weg einfach zurückgegangen, ne? Wie, ich muss zurückgegangen, boah. Nee, du bist ja zurückgegangen. Nee, bin du nicht. Guck hier. Ich bin hier runter. Beide Düsen drehen. Ach, lass mich in Ruhe, ich will nicht zu reden. Oh Gott, ist das ansteckend. Ich wollte schon sagen, ich bin hier runter. Lass mich. Camila, gib mir einen Hinweis, wo ich hin muss. Ja, lass mich mal hier gucken, wo du da bist. Genau, Schalbis. Kriegheitsmord. Dann gehst du jetzt nämlich zurück, da, wo der Troll war. Wo der Troll war? Wo der Troll war. Ja, das war... Da rechts. Das war unten. Unten war das. Ja, unten war das. Ja, da habe ich den Dreh hingeguckt. Ja. Ja, tut mir leid, ne? Sag mir, jeder. Ja. Sugar bleibt Sugar, danke. Für du bist am 19. Bis kurz. Ja, jetzt bin ich wieder hin und drüber. Nee, du hast den Ofen ja befeuert. Ja, sicher. Ja, ich dachte, du hast den vergessen. Ja, das habe ich doch gemacht. Das habe ich doch gesehen. Wie jung, aber... Also wieder hoch, aber... Aber du musst ja schon wieder hoch. Achso, dann geh wieder hoch. Ich glaube, ich muss mir mal ein paar Videos angucken, oder will du? Und dann können wir mal so quatschen ein bisschen. Was ist denn das überhaupt für eine Dipp? Plattdeutsch? Das ist nicht platt, ne? Ich glaube, das ist doch ein Angriff. Okay, ich bin zurück. Das Deutsch ist die Dicke Dirk. Die drückt den Dirk, du hast den Dicken Dreck. Ja, du hast den Dicke Dirk. Okay, ich bin wieder zurück. Ja, dann geh doch mal da links lang. Okay. Geh doch mal da links. Warte mal, da ist Niki... Nee, da war ich schon, ne? War ich da schon? Ja, klar, da war ich. War ich da schon? Da war ich schon, aber was war da noch? Nee, aber ich hab vergessen, was da drüben war. Muss ich nur mehr gucken. Das ist ein Hamburger. Das hieß denn nur Deutsch-Axent. So, der Mutz immer gequatscht. Und der konnte dann so komplett fließen. Das war absolut... Ach ja, hier war das Schloss. Ach, schau, jetzt sag nicht, ich brauche Alamo 3. Die hast du ja noch nicht. Nee. Ja, da ist eh nix. Keine Sorge, da sind nur Klamotten. Deinen Hut hast du ja. Nee, hier geh nix, ist das. Ich glaube, der Paletti kann auch so quatschen. Dann geh ich jetzt wieder zurück. Ja, geh mal, ne? Geh mal. Aber hier geh... Oh Gott, ist das verwirrend. Nee, nee, du musst... Nee, warte. Das ist doch da. Und hier kam ich. Nee, da musst du aber da runter, Junge. Ja, aber da war ich doch gerade. Da geht's nix wo weiter. Dann hast du dich nicht hier noch umgeschaut. Doch, du musst da runter. Ich erinnere mich. Das habe ich doch gerade vor ein, zwei Stunden durchgehakt. Ja, dann guck ich jetzt noch mal. Ach, Elden Ring ist für Pfeifen, Junge. Ja, aber die sagt, ich habe mich nicht richtig umgeguckt. Und das habe ich. Ich würde ja nicht fragen. Ja, aber wenn, dann wärst du ja weitergekommen. Ja, hier ist jetzt so eine U-Bahn. Da war ich schon drinnen. Wenn ich da langfahre, dann geht's da nicht weiter. Hier die Treppe unten war ich auch schon. Hier habe ich befeuert. Hier ist ein Aufzug. Weißt du, bevor hier... Da ist ein Aufzug. Ja, aber da war ich doch schon drinnen oder nicht? Nee, warst du nicht. Oh, jetzt habe ich nichts. Ja, super. Ich habe sie uns alleine gefunden. Ah. Ja, super, Junge. Dann kannst du ja den Rest ja auch machen. Äh, nee. Nee, nee. Nee. Da ist er, der Renrock, der Pisser. Was ist Madison? Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufheißen. Gott, ich muss zu dem Troll. Oh, was der Troll macht halt für mich. Oh, Gott, Junge. Mein Gott passiert uns nicht noch voll. Den bar neuer Versprechen. Ich werde nicht ruhig. Sagst du, du bist. Nein! Oh, oh. Immer muss ich... tut mir leid aber ich habe keinen bock gegen den boge gegen den toll zu kämpfen die sind kacke und deshalb werde ich die mit meiner schurken taktik erledigen die ich erfunden habe übrigens ein stink ich habe das und ich darf das benutzen jeder der danach macht vielleicht sollte ich mich erst in sicherheit begeben bevor ich die so geht gar nicht nix schande nix schmucken ich hab da der funden chat kommen schon als du darfst ja doch benutzen das ist eine taktik ich bin ja schurkisch magier aber das machen ist ungünstig aber egal wir bauen noch ein ich habe den da draußen gefunden und nein lord gorg willst du dich entschuldigen kleiner ich will es beenden was hast du mir mitgebracht das kann nicht sein die ganze zeit wusstest du wusstest du wo es war oh nein lass den in ruhe du penner geht es dir gut ich werde dich nie verstehen lotcock so naiv die hexe hielt dich nicht für ebenwürdig sie wie alle anderen ihrer art hat dich doch nur benutzt das stimmt nicht rennrock die jüngeren sind besonders tückisch man lehrt sie ihre verachtung zu verstecken um uns auszunutzen unfassbar dass unsere vorfahren sich jemals vertrauten die ganze zeit suchte ich überall das letzte behältnis ich suchte vergeblich nach blackwars letztem buch verschwendete meine zeit ein kind und mein bruder wusste die ganze zeit ein bruder aber ich brauche dich nicht mehr ich brauche euch alle nicht ich wollte es dir bringen du bist eine schande für die kobolde nein 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 aber schnell er wollte den umbringen vielleicht ist der jetzt mein freund longcock einfach tot alter armer longcock armer lotcock meinstoch lotcock vom eigenen bruder ermordet deshalb hat er so sehr versucht ihn aufzuhalten ich werde ihn vernichten den typen und vernichten die rache wird mein ich muss mich mit dem sebi treffen ich brauche awana kedavra kann man den zauber denn verfehlen alter ich muss mich mit fake in der kartenkammer treffen er und die hüter müssen erfahren dass renrock das tagebuch hat und weiß wo das letzte behältnis ist scheiße mann einfach longcock tot ist dir eigentlich mal aufgefallen ist dir eigentlich mal aufgefallen ich weiß ja nicht ob das so ist ne aber wenn du in dieser äh zwischenwelt bist ne wenn du deine aufgaben deine hauptaufgaben machst ne in dieser alten magiewelt wenn dies geflüstere kommt hört sich das immer an wie awada kedava siehst du wie ich mein du bist parsel glaub ich weiß es nicht aber ich hör da draus hoffentlich habe ich auf weg meine eule bekommen longcock war mein freund obwohl ich dachte der ist er ist verräter ja da stehen sie die vier bilder von da vinci himself die geben mir hier aufgaben ich dachte ich werd ne mehr du eine wahrlich schlechte nachricht wir hatten uns mehr zeit erhofft um das beste vorgehen zu besprechen hören wir was das kind zu sagen hat ich bin ich bin größer als du jünger was für kind professor sie haben eine eule erhalten scheiße mann renrock hat das letzte von breakbors tagebüchern er hat lotcock dafür getötet er weiß wo das letzte behältnis ist bei gottricks herz lotcock lotcock und renrock waren brüder lotcock wollte mir das tagebuch bringen renrock ist ein monster wir müssen wissen wo das letzte behältnis ist das ändert die lage wirklich renrock hat breakbors tagebücher und weiß wo das letzte behältnis ist wir haben breakbors gedächtnis gelöscht er führte tagebuch aber warum hat er alles festgehalten er wusste nicht was wir versteckt hielten ich gehe ganz kurz auf klotschen bis gleich Anything schon ist wurde die 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 das die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ein Gespräch mit Brackbohr, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die er gesehen hat, denke ich, dass unser junger Freund sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Bin ich auch. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakkar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen. Was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Okay. Ein Tabut. Vielen lieben Dank für den Primestab im achten Monat. In Re-Sub. Ich muss einmal wieder nach Hause. Tschüss. Der Weasley ist voll. Warum ist er voll? Auch voll. Gut, zu Hause in den Kippel stopfen. Na ja, kurz ein bisschen Rüstung identifizieren, aufwerten, verkaufen und so. Richtig, ja, richtig. Ich krieg doch schon viel Damage. Wo ist denn der Baby? Wo ist Amazon Prime? Da vorne ist er. Amazon Prime, komm her. Ich brauche ein Haar von dir. Danke. Ja, habt ihr alle auf mich gewartet, ne? Ich muss noch mal was essen hin, Katze. Hat er gerülpst, der Niffler? Los, happa, happa. Oh, boit, oh, boit. Und first blood, danke schon für die Weasley im dritten Monat. Wir sind voll am Rülpsen. Die Rülpsen so wie du. War so, vielen lieben Dank für den Prancer beim siebten. Nur für Prime, ja, viel Spaß noch. Dankeschön. Wo ist der Offstream? Das ist eine gute Frage. Oh, der chillt da hinten. Mit seinen Freunden. Haben wir alle? Ja, Offstream. Hä? Ach, Onstream. Ach, Onstream. Jetzt haben wir alle, ne? Ja. So, bis spiele. Danke. Aufregende Neuigkeiten. Oh, Pavel, wo er auch viele gute Sachen bekommt. Können wir jetzt alle verbessern. Ihr müsst essen, meine Tiere, essen. Hapa, Hapa. Niff, lass mal haben. Wer ist es, Frog? Geh essen. Komm. Wir essen. Wir essen. Hapa, Puff. Okay, wohin. Hey, ihr könnt euch nicht einfach hier hinschillen, die Angeln können nix essen wegen euch, doch kommen wir wohl. Amen. Nö, da zieh ich nicht an. Boah. Oh, der zieht da voll cool los. Das sieht schon cool aus. So. Ignell, vielen lieben Dank für den Prime-Serv im 1. Monat. Danke. Hat aufregende Neuigkeiten. Geht halt hier höher als Level 30, Mila, weißt du das? Äh, keine Ahnung. Ja, hier 31. Boah, der Gemeinschaftsraum von H5 war so schön, ne? Ja? Ja, richtig. Voll bequem, ich will hier auch sein. Ja, aber du bist doch jetzt da. Nein, ich meine im echten Leben. Ach so. Ja, wie. Wie, wie. Auf geht's nach Hogsmeade. Schön einfach. Entschuldigung, aber würden Sie wohl einer alten Frau helfen? Ich glaube, mit dir schlimm denken wir nicht, alte Frau. Naja, keine Zeit jetzt. Geht da. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Alpino, K-Western, Pyro. Dankeschön für die Ollen. Ganze Shit am Pennen, alter. Ich habe fast 30.000 Gold. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie dagegen sind. Ich bin in DC, ne? Geh, ich bin. Einen Kaffee. Oh. Oh. Ja. 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 Awada Kedavra. Ich komm. Da gehen wir aber straight in die Pommes, Junge. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Ich komm, Bruder. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Moment, ich muss mich doch wieder umziehen. Das sieht doch kacke aus. Kann ich doch nicht rumrennen. Haben wir hier eigentlich alles schon gesammelt? Hey. Das sieht ganz cool aus. Komm mal mal ein Schal dazu, oder was? Hey. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Komm, Ominous Prime. Hab dich nicht so. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast getan, was nötig war, und ich habe zugestimmt. Gut möglich, dass es meine Freundschaft mit Sebastian vorerst gerettet hat. Ja, ich meine, du hast zugestimmt und es hat deine Freundschaft mit Sebastian gerettet. Für den Moment. Ich dachte, wir wären vorher schon zu weit gegangen, aber jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Enferi. Enferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Ja, Enferi, dann nehmen wir nur den Feuerzimmer. Das ist doch eine ganz klare Sache. Schnell rein in die Katakombe vom Feldcroft. Wir holen uns jetzt Avada Kedavra. Es wird Zeit, Chat. Reveglio! Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorn. In der großen Halle. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Du scheiße. Und wir... Was machst du denn da? Oh Und die. Planell. Wie so gut ist es? Libüjo, Libüjo. Arresten, Momentum. Libüjo. Inzente. Sebastian, nimm mal mit der Ruhe. Dann ist der Ominus. Der die Mila hat, aber war da wieder erwacht. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen, ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren, während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Schön, dass die hier warst. Ich muss mit Hogwarts und das Erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Akir, in Zendung, verbringst du. Akir, in Zendung, verbringst du. Die Inferi sind hier. Jetzt aber schnell. Akir. Die Inferi sind hier. Die Inferi sind hier. Die Inferi sind hier. die osa die osa hat hier die osa er will ja mal die mauer will ja dann mal hier bauen beziehung wie ein trick oder so da ist sebastian nein ist das nicht unglaublich ich wollte die schwarze magie rückgängig machen die ein verletzt hat aber damit kann ich sie kontrollieren so wie ich die in ferie kontrolliere beherrschen ich musste den ganzen weg gegen in fähre kämpfen nein kaputt gemacht oh god the walking dead das wirst du bisschen das war die in die kämpfen und auch wie ist das verhext Was ist das? Nervt mal mit dir nur. Akyo! Incentre! Spitz! Spitz! Incentre! Spitz! Akyo! Incentre! Spitz! 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 Merkt der alte Mann nicht, der keine Chance gegen mich hat? Spitz! 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 Inzendet ver punishment und in 10 kruz ist nicht so gut eine heilung sebestien hör schon auf aber ja man tötet ihn ja er bringt seinen eigenen onkel um den idiot noch nicht vom noch nicht geil ja klar grüße neske erzählen einfach hingerichtet jungen alter oh oh Oh, 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 die ist blauer. Komm, bring die auch noch um. Du hast dich entschieden. Die ist appariert. Was hast du getan, Junge? Du hast deinen Onkel getötet, Alter. Du Idiot. Erst mal die Schuld auf den Anger schieben. Pflege, bleib mal hier. Bring mir den Zauber bei. Komm mal. Komm, ich mach dir Licht. Der armer Kerl hat einfach seinen Onkel umgebracht mit der Vada Kedavra. Und hat sogar das Kudewa vergessen, Alter. Das heißt, er hat richtige Schmerzen gehabt. Schon ein bisschen traurig jetzt mit der Musik. Der kommt sowas von nach Asgaban, Alter. Ich will ja nicht urteilen oder so, aber du hast gerade deinen Onkel komplett zerfetzt, Alter. So, ist, äh, pass auf, wir machen das kurz. 500 Gold oder ich verpetze dich. Oder du lehrst mich den Zauber, okay? Ja, ich hab den Hut vorhin gelootet. Sieh, sieh ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich, ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Jeder sollte diesen Fluch kennen. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Ja. Ja, bitte. Ja, Sebastian. Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Bring ihn mir bei. Ich habe gerade die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Der Absicht muss klar sein. Ja, Chat. Ja. Avada Kedavra. Ja. Jetzt gehe ich die ganze Schule ermorden. Keiner kann mich aufhalten. Ich muss Omenis finden. Sebastian. Scheiße, der war dummer. Ich bin gerade nicht dich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Wer wird mein erstes Opfer sein? Die Zeit ist gekommen. Ein Gegner unter dem Imperio-Control verfluchte Angelegenste mit dem erfolgreichen Angriff. Das ist gut. Denn ich habe dadurch freigeschaltet, dass jedes verfluchte Ziel stirbt, wenn ich Avada Kedavra einsetze. Das nutzen wir nicht. Das nutzen wir nicht. Das ist auch gut. Bei euch weiß man nicht. Nee, keine Spinn. Kobolde? Nee, vom Besen kannst du nicht ausprobieren. Nee, keine Kobolde. Ich finde Kobolde eigentlich ganz cool. Wilder. Aha. Da bist du ja. Da ist doch ein Mensch. Manchmal frage ich mich, ob du überhaupt... Was war das? Du bist zum Sterben hier, was? Ich bin zum Sturkort. Junge, du greifst mich an. Warte mal ab jetzt. Protego! Sturkort! Imperium! Du bist deine Nase! Ja! Tja! Was hält dir ein? Komm, trink doch! Protego! Zufu! Hehehehe! Avada Kedavra! Avada Kedavra! Ein wilderer Weniger in unserer Welt. Ein wilderer Weniger in unserer Welt. Die vernichtet ist komplett Asche nur noch. Bin ich unerheilbar. Brauchst du noch ein Soundpack von Voldemort? Rebellion. Rebellion. Espana. Desa! Imperium. Die! Was war das? Ist das jemand? Hallo? Das wird leider nicht. Alter! Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Deeruda Riddle. Dann schauen wir mal, ja? Mila? Bödis? Ich bin jetzt absolut böse. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Geht's die nächste Prüfung machen. Gott. Ja, und das ist wieder kaputt. Jetzt wieder da. Könnte es niemals Nuklear-Codes geben. Ich fühle mich gerade wie ein Projektleiter auf dem GTA-RP-Server. Keiner kann mich umbringen. Warte mal, da war doch ein Troll. Das willst du nicht wirklich, Bruder. Du willst mich angreifen? Du? 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 Du bist weg. Du stehst nie wieder meinen Kampf ein. Ein lästiger Mensch. Ach hier. Komm, trinken wir uns. Ich bin einfach Projektleiter in Hogwarts. Es ist gerade vier Stunden Spielstand neu geladen. Es ist abgestürzt. Es war nicht wiederherstellbar. Alles von vorne. Egal. Lohnt sich. Ist bitter, aber lohnt sich trotzdem. Ein對不對. Gut. Es kommt. schön. Ähnlich. Reveilion Auf jeden Fall Woooo Wartel Bist du da? Wartel 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 Oh Gott, das ist so mächtig. Aber irgendwie auch langweilig. Wer hier wohl wohnt? Sieht interessant aus. Aber ich muss hier nicht gucken. Ich muss hier nicht gucken. Wir brauchen am besten von jeder Farbe einen, ne? Imperius. Da muss ich mir nur Gedanken drum machen, was für ein Skillset ich damit spiele. Ich hab alle für unterschiedlich gemacht und alles genutzt. Echt? Hm? Ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Drenrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Wie ich den Hult bekommen hab? Ich glaub doch, sind wir heute... Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie dem weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Ein Grabhorn war doch so ein Tiger-ähnliches Ding, ne? Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Wie meinst du, das Bomben war hier in der Gegend? Heute war ein guter Tag. Gut bekommen, aber Akedawa bekommen das Einzige, was nicht so gut ist, ist No Garlic. One-Tap, Junge. One-Tap, Junge. Man muss sich überall noch rein. Ja, hier muss es sein. Ja. 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 Ich bin echt immer überlegen, wie ich Skills hätte ich spielen. Ich bin echt immer überlegen, wie ich Skills hätte ich spielen. Stimmt, an der Küste war die Höhle, ne, mit dem Horcrux. Oh Gott, wie cool. Ich kann mich gar nicht dagegen benutzen. Das ist unvorteilhaft. Da müssen wir mal eben ganz schnell was ändern, ne? Ja. 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 Réveilion Oh Ob ich den fangen kann? Aua Oh 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 Ich drück halt dodgen, aber es passiert halt nichts Ich drück dodgen, aber es passiert nichts Ich drück dodgen, aber es passiert nichts, Alter Ich tritt immer schon ein Minisekunde Ich drück Oh Oh Hallo Ocb Sly Neil Ich will den haben. Den kann man bestimmt zähmen. Ich brauche deine Hilfe. Ich will jetzt sagen, ich kann den reiten. Oh Gott, wie cool. Ich habe einen Grabhorn. Als Mount. Das Ding ist bei diesem Spiel, jedes Mal, wenn ich mir denke, boah, das wäre cool, passiert das. Ich habe einen Mount, Bruder. Oh Gott. Wenn ich statt mich behalten darf, ne? Mila, hast du den auch? Oder hast du den verhauen? Natürlich habe ich den. Boah. Hör mal die. Der ist überhaupt fressig. Der ist ein Hippocrat. Hast du sein Lösegeld gekostet? Wir hatten diese Merz. Du bemühst dich früh. Oh, Alter. Das muss ich Sebastian erzählen. Meine Erschwinderin. Wer will das machen, Alter? Man hat so oft diese Momente, Da Vinci. Die Frage ist, kann ich das kaputt machen? Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Sollte mal ein Zahn zulegen? Das wird den Lord der Küste nicht aufhalten. Fragsam. VDM. Wie bringen wir es hinter uns, Jan? Ja, fuhr doch. Boah. Das sollte ich untersuchen. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Sie werden. Ich brauche schon. Das habe ich schon leiseres Getraue hinterher. Ach, ha. Scheint jemandem meine Leckproduktion. Das heißt, dass ihr verschwindet. Sauberstuhl. Einbimm. Jetzt hast du dein VDM, Da Vinci. Okay, langsam. Na, also. Boah. Boah. Und TaiXero, vielen lieben Dank für den Resort im sechsten Monat. So nach einer halben Stunde tut mir leid, Bruder. Dankeschön. Ich hoffe, du bist noch da. Ich hoffe, du bist noch da. Jetzt sagt nicht, der gehört mir. Kann ich den in meinen Zoo reintun? Boah. Wie cool ist das bitte? Wie ist das mit einem Rundflug? Einfach Davy Jones als Mount. Zuneet, vielen lieben Dank für den Prime Star im zweiten Monat. Dankeschön. Boah. Ja, nein. Was ist noch da? Das war's. Das war's. Das war's. Vielleicht hatte Professor Ruckham ja recht damit, ihnen zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Lumos. Moritz, mir geht's gut. Ich hoffe, die auch. Ich hab's schon lange nicht mehr gelesen. Das freut mich. Oh, story time. Ich hab's schon lange gelesen. Ich hab's schon lange gelesen. Will ich ja kennst dich, Moritz. Oh, oh. Da ist bestimmt was Schlimmes passiert. Gott, Schlimmes hat Drogen auf dem Boden. Die sind jetzt komplett weg. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn einem die Emotionen aus dem Körper gezogen werden. Sam, gut, dass Sie da sind. Isadora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater... Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Niamh hatte recht. Isadora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Oh, scheiße. Ich drehe durch. Wir brauchen die anderen. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Ey, ich bin voll aktiv, ne? Ansonsten RP und jetzt ein bisschen Harry Potter, bis wir da durch sind. Los, nehmen Questen. Die dreht voll komplett durch, Alter. Die dreht voll komplett durch, Alter. Abwechslung tut gut. Niemand wird Leid. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isadora? Runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen. Nicht, Sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Oh, ich glaube, das wird nichts. Oh Gott. Er ist ganz schön stark. Oh Gott. Oh Gott. Sie lebt. Die nicht mehr. Aber was ist mit der Macht? Die benutzt jetzt dieser komische Kobold, oder? Das müsste die doch sein. Ich dachte, das wäre eine Prüfung. Oh Gott. Oder gibt es nur drei Stück, Mila? Ich meine, du bist ja gleich schon wieder zum zweiten Mal durch. Mila? Gibt es nur drei Prüfungen? Ähm, also das letzte ist da, da schaust du, glaube ich, nur so in dem Boden. Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isadora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Renrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den vier Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Renrock. Gute Nacht, Kairworth. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Ich muss jetzt einen Zauberstab herstellen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Oh Gott. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Auf jeden. Ist das der Elderstab? Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen... Ich meine, der Elderstab war ja in der letzten Prüfung auch schon. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Renrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Renrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Oh, Moritz, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um diesen Hut zu bekommen? Ehrlich, das ist eine Meme hier. Ich muss nach Ollivander. Hallo, Franzi. Egumu. Aber sollen wir uns kurz mit Sebastian vorher treffen? Ich gehe kurz nach Sebi, Alter. Das ist unter der Map, ja. Und danach gehen wir zum Uli, Alter. Wieder mal auf Abenteuer-Tour? Ich bin komplett süchtig. Das Spiel ist... So nach It's Take Two das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Sogar besser als die GTA 5 Story. Wollen wir mal Gessire machen? Oh, ist aber jetzt halb drei. Komm, trink. Sie ist im Boden zerstört. Sie hat eure Onkel begraben. Gute Nacht, Oma. Ich tate es für Sie. Sebastian. Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Naja, eigentlich muss sie halt Spiel erspielen und dann die Filme gucken, weil das Spiel ist ja vor dem Film. Diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir... Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Die Filme dann fiesen, dann Harry Potter. Wie die Filme dann Tierwesen dann Harry Potter? Das Spiel... Ne. Das Spiel die Tierwesen, dann die Filme. Keine Sorge, Sebastian. Ich rede mit dem. Ich rede mit Ominous. Danke. Du bist wirklich ein guter Freund. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Lumos. Armer Sebastian. Ich bin hier, Bruder. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Den Oman bekommt man, wenn man alle Hausschlüssel besorgt. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen. Andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren. Aber wir haben wohl keine Wahl. Oh Gott, ich bin der gottloseste Mensch auf dieser Welt, wenn ich das hier drücke, Alter. Ich bin der gottloseste. Oh, ich weiß nicht. Ich bin so gottlos dann. Aber der ist mein bester Gott, Alter. Der ist mein bestester Freund. Der hat mir alle unverzeihlichen Flüche beigebracht. Der ist mein Freund, Alter. Ausliefern, du bist böse. Wie brauchst du den schon noch? Irgendwie muss Voldemort da entstehen. Der Typ hier. Das ist der Vorfahrer von Voldemort. Ich glaube, wenn man den verärgert, dann entsteht Voldemort erst in der Zukunft. Oh Gott, scheiß drauf, wir liefern den aus. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Wir liefern, ich bin so ehrenlos, Alter. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Ich bin so ehrenlos. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Wir müssen ihn ausliefern. Das ist mir klar. Aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Junge, ich habe bestimmt schon 150 Leute getötet, Alter. Er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sage es dem Schulleiter. Oh Gott. Also bis bald. Ich melde mich. Was auch vor uns liegt. Ich bin offiziell ehrenlos. Absolut, Alter. Das weiß ich. Ja, das war mir klar, dass du das weißt. Oh Gott. Mein bestester Freund. Ich habe den Sebbel verraten. Er wird ausgeliefert. Er landet in Azkaban. Den Rest seines Lebens scheiße in der Ecke fressen. Oder was auch immer die da mit dem tun, Alter. Sebastian geht jetzt von der Schule wegen dir. Das ist eigentlich lustig. Wir gehen erstmal zum Oli. Wir brauchen nämlich diesen mächtigen Zauberstab. Theodor ist so ehrenlos. Der weht nach seiner Zauberkarreie. Kasidus flieber. Oh Gott. Also wir machen uns hier nicht über Leute lustig. Die auf speziellen Schulen gehen müssen. Weil sie vielleicht ein bisschen langsam im Lernen sind. Och Junge, wo kommt die denn her? So glücklich, dass mein Zauberstab gerade nicht anspringt, Junge. Oh, ich sehe schon. Benzin leer? Hast du den Kedavra da gegeben? Ja, Mann. Ich habe auch weiter Kedavra. Ich habe vorhin Kruzio gekriegt. Kruzio ist ganz okay. Ja, ich habe, also guck mal, ich habe Kruzio, ne? Und dann habe ich jetzt bei Talente, habe ich das so gemacht, dass wenn ich auf jemanden Kruzio mache und den dann anhaue, splittet sich dann auf und geht auf mehreren Leuten. Ja, das habe ich ja auch, das Superstraw. Ja, wenn der dann aber nach Kedavra dazu benutzt, sind die alle tot. Ja. Aber du brauchst ja... Ich muss mal gucken. Wo ist denn das, was du gesagt hast mit Kruzio? Das ist... Hier. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Kruzio verflucht wurde, setzt sein Geschoss, weil das den Gegner näher... Ja, das Problem ist, man könnte mit allen drei unverzeihlichen Flüchen spielen. Könnte man. So, dann hast du aber... Okay, mit Imperio hast du ein CC quasi. Du hast aber sonst nichts. Ja, ist egal. Ja, aber du kannst doch alle vier Dinger nehmen. Du kannst doch mit Mausrad dazwischen switchen. Ja. Mit Mausrad kann man nicht switchen. Doch, kann man. Oh Gott, ich mache die ganze Zeit F1 und F2 und so. Nein, mit Mausrad, Alter. Ja, aber oh Gott, Alter. Ey, ich spiele da seit 70 Stunden, dieses Spiel. Ich wusste nicht. Das geht ja gar nicht gut. Ja, ich habe halt in WoW immer so F1, F2 Keybinds gehabt und so. Das ist kein Problem. Aber ich wusste nicht, dass da mit Mausrad geht. Ja, mit Mausrad. Ja, Mausrad halt. Junge, ich gebe dir doch zehn Jahre, Johnny, Alter. Dann bist du am Penner-Kiosk, Alter. Wie eine Kippe drehen mit deinem ekelhaften Gelmbad. Ja, Mausrad halt. Ich brauche nicht mehr. Ich bin rausfrei. Ach stimmt, du hast nie wieder angefangen, ne? Nein. Ich bin stolz auf dich, Alter. Seit Juli. Da kann man echt sagen, dass Corona was Gutes bei dir hat. Also, wie dumm das klingt, aber jo. Dadurch hast du aufgehört zu haufen. Wart mal, Alter. Dann kann ich... Oh, wo hast du den Umhang her, Alter? Den Umhang, du musst diese Hausschlüssel sammeln. Die Quest kriegst du noch, oder hast du schon? Ja, wirst du... Das sind diese fliegenden Schlüssel. Ja, die habe ich nicht. Aber weißt du, was ich auch nicht verstehe? Mit diesen komischen Demigeistern da. Warum? Die kannst du nur aufsammeln, wenn nachts ist. Du kannst Dings drücken, M, dann geht die Karte auf. Ja. Und dann F. Und dann wartest du und dann ist immer Nacht. Und dann kannst du die andere... Ja, ja, nee, das ist doch nicht das Ding. Nur das Ding ist halt... Ich soll jetzt für den neun weitere Geister da finden. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, wo. Die sind überall versteckt. Du musst überall rumrennen und R drücken. Ey, Bruder. Was mache ich denn jetzt auf den zweiten Skill? Oh Gott. Wart mal, das brauche ich wohl. Ja, das zum Fangen. Machen wir das mal hier. Corona, der war zwei Wochen eingesperrt. Hatte keine Stange mehr aufs Schrank. Hatte aufgehört. Ne, der hat tatsächlich durch Corona aufgehört. Das weiß ich. Weil ich war so weg vom Fenster, dass ich gar nicht rauchen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, du kommst, hast du zwei Wochen lang Laxe und hast nicht geraucht. Dann hörst du das komplett auf, so. Aber ich bin, wie gesagt, jeden Tag mit mir am Kämpfen. Wie immer noch? Ja. Ja, dann kauf einfach keiner. Ja, mache ich ja nicht. Okay, warte mal. Lass mich mal kurz überlegen. Wollte ich noch kurz was fragen? Ja, was denn? Kannst du mal kurz bitte I drücken? Warte, ich muss gerade überlegen. So, das ist mein eine Skill-Set, was ich gemacht habe mit dem Freeze. ranziehen, ranziehen. Nein, ranziehen würde ja keinen Sinn ergeben, dann. Mit Feuer. Ranziehen, Feuer, Feuer. Nochmal Feuer. Echt, aber welchen CC benutze ich? Ich würde aber, ich würde, okay, du hast ja unter den vier, ne? Hast ja zweimal dasselbe. Da würde ich dann einfach genau das mit der Hand machen. Da hat er erst mal Momentum. Beim zweiten. Nee, beim ersten muss, beim ersten muss der CC anders sein. Ja, das machst du beim ersten Mal. Ja, genau. Flipendo. Ja, Flipendo, die Scandos auch gut. Flipendo auch. Aber du hast schon recht. Arresto Momentum. Obwohl ich mag den Feuer-Skill eigentlich nicht so. Aber der macht viel Damage. Ja, lass mal erst mal so. Mal gucken, wie sich das spielt. Ich hätte es besser so, Berater. Du willst rauchen, dann kauf einfach keine. Hätte ich da mal früher dran gedacht. Ja. Aber es ist ein Unterschied, ob du Kippen zu Hause hast. Weißt du? Und, äh, oder ob es zu losgehen muss und welche holen. Ey, du hast doch einen Greif, ne? Ja. Hast du auch einen Schwarzen? Ja. Okay. Der Schwarze sieht voll krass gut aus, ne? Ja, aber ich fliege eher den Besen, der schneller. Ja, Expediamus ist auch gut, Mann, aber, oder, das macht halt kein Damage. Ich will fetzen. Doch, Expediamus macht Damage. Ne, aber nicht so viel. Der macht 200 oder so. Ich mach mit Dings, äh, ist Candio 600, 700. Und das ist halt ein guter Dot. Egal, ich lass das erstmal so. Ich brauch jetzt hier Zauberstab, Thomas. Oder wir haben 3 Uhr nachts, Alter. Das ist krass, ne? Das ist krass, ne? Ich bin schon wieder seit 9 Stunden am Zauberstab. Und dass sie die Materialien hätten. Hab ich wie Oni zeigt her, dein Stab. Hier sind sie ruhig, wie außergewöhnlich. Ach, sag mal. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert. Ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Oh, Junge, ich hab so Drip, ne? Ich gepin. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Dr. Flamme, Dankeschön für den Reset beim 14. Monat. Dankeschön. Für 6 Minuten. Er ist fertig. Ist er jetzt schon fertig? Sei gerne den Stöpsel. Boah. Kann ich den behalten? Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Figg in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Scheiße. Ich verstehe. Danke, Sir. Jetzt ist die Frage. Speichere ich jetzt? Und mach für heute aus. Ich fürchte, du bist allein. Ich hab dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Passt sehr auf, Kollege. Ach, ich bitte dich. Er wird jetzt eh mein Freund. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Ja, jetzt auf einmal. Was hast du denn da? Bisschen fast nichts noch. Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht. Charles Rupwood würde sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Wenn du da bist, kannst du auch durchziehen. Ich bin einfach nicht mit deinem Kind diskutiert. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Wenn ich jetzt durchziehen und zu lange, also zu spät schlafen gehe? Oh Gott. Dann habe ich Schiss, dass ich morgen komplett am Arsch bin und ganz spät erst komme. Okay, auf eure Verantwortung. Eure Verantwortung. Oh Gott, wo bin ich denn? Ich kann meine Maus nicht bewegen. Botego. Eskulto. Versuchen sich deinen Fein. Kh�zzo. Ist es siempre. In serie. Kopi. Was ist die Serie? In ei. Ja. Oh, oh, oh. Achio. Incentive. Achio. Incentive. Ich weiß nicht, man. Unier Cozzi. Super egal. Inferno. Inferno. Achio. 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 Was hältst du denn von? Ex-Pulto! Achio! Entend! Ex-Pulto! Kürzio! Oh! 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 Achio! Oh! Winko! Ich sollte rausführen! Junge, der hilft einfach beim Umzug. Hehehehe. Revevion, du hast doch zu mir gewechselt. Havada Genasa! Boah! Nee, ich fick dich. Das war gut! Für einen King! Hervorragend! Langsam! Reiz! Au revoir! Ich weiß nicht, dass meine Augen verschwindet! Arresto Momentum! Zufall! Besonders clever! Imperium! Drei! Aaaaah! Kürzio! Acker! Winko! Ich verwirr! Ja! Kürzio! Winko! Acker! Gleis! Winko! Acker! Acker! Zerfetzt habe ich den, Alter. Ah, ich glaube, die Kombi ist gut. Hast du noch zwei Phasen? Und dafür hast du zwei Stunden lang gebraucht? Achso, du spielst doch schwer, was Eier. Aber geht noch besser mit den Dings. Das wird noch besser. Ich mache doch den richtigen, schönen Ziels rein. Die Lena hat mich geradet, Milo. Hallo, Lena. Dankeschön. Ich liebe Miss Amerika. Ich liebe Miss Amerika. Das ganze Herz ist hier. Okay. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Okay. Du musst kurz die machen, dann Autotext auf die machen. Dann sind die alle markiert und er war da. Oh, der Johnny lehrt mich, Alter. Ehrlich jetzt? Also auf einen Kruzio? Let's testen, Alter. Ich lösche meinen Hufflepuff-Charakter. Ich mache neu. Warum? Wobei ich einen Typen gemacht habe und ich dachte, ich mache jetzt voll den krassen Boy, aber irgendwie fühle ich den Boy neu. Du meinst, wie schlägt es mir denn durch? Der macht doch so eine kothaarige Hufflepuff. Hallo, Lena. Vielen lieben Dank. Hallo, liebe Freunde. Ich kann nicht bleiben. Leider so ein Spoiler. Ja, ja. Geh besser. Ehrlich, du willst nicht gespoilert werden. Alles gut. Aber Milo hat dich lieb. Merk nicht. Warte mal. Rest und Momentum ist ja super strong. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwarten. Reveilion. Du, nein, nein. Achio. Arresto, Momentum. Arresto, Momentum. Fieser, Unheilter. Immer auf der BP, der dann vielleicht mit hat, für Fettler. Wo war schon wieder besoffener? Dankeschön, Lena. war das denn mit reinzappen lg boba poten b ok oder wat es gibt wie kannst du das moment und das gehen dass der auch noch verflucht für die ja ja ich guck mal ich gucke ich weiß glaube ich gar nicht ja 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 das ist cool aber ich bin eigentlich brauche ich das nicht mal gucken wenn das stimmt was der enkel sagt und b-rime auch kapola das hat wenn fünf ich habe nicht richtig geguckt vielen denn selbst wenn er nur fünf gewesen wären also nicht vollständig vielen 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 lieben dank für 20 dankeschön wo auch immer das jetzt herkommt um drei uhr nachts alter danke weil du weitermach ein herz für weitermacher ach so weil ich weitermache ja ich muss das nur morgen dann hinbekommen das ist wirklich nicht mehr viel also es sei denn du willst jetzt noch ich will nur testen ob das stimmt nicht was der johnny sagt ich habe auto attack auf welche gemacht und die sind nicht verflucht nein 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 du musst ähm warte doch 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 bei mir geht das aber die müssen doch zusammenstehen ne 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 ich habe verloren wir, wie wir vorhin gesprochen haben Sag mal, was soll denn das jetzt? Sag mal meine, leg zu, bist du irre? Hallo Juni! Heulige Makrele! Der muss ja nicht jungen, ne? Ah, jetzt, ja, ja, ja... Aber, aber, dann kann man auf jeden Fall, damit man dann noch ein bisschen mehr springen kann, auf jeden Fall Arresto Momentum auch noch mit 2. Und Stupo eigentlich auch! Ich habe ja noch 9 Skill-Punkte, also du kannst ja doch komplett durchskillen hier! Ja, du kannst ja super viel skillen! Pulse nutzt eh keine Sau! Mehr CC... Das könnte man nur mitskillen später... Und ich benutze nicht mal die Tränke, aber ich glaube, so reinschwitzen muss man in dem Spiel auch nicht! Bis PvP kommt! Das frage ich mich ja doch, warum kannst du das Gear und so krass und alles upgraden und so? Was soll dir das bringen? Großartig! Ja, das eine verstärkt ja den Schutz gegen Troll-Aufgriffe! Ja, ja, aber du hast... Aber warte, ich glaube, du hättest doch eh alles fast! Also... Trolle? Dann hättest du doch... Das hat schon so ganz leichter MMORPG-Vibes, das Spiel! Wenn da nicht nur was kommt, Alter... Ey dann... Oh Gott! Ja, dann bin ich GTA weg! Dann kannst du davon ausgehen! Stimmt, es gibt noch die Kampf-Arenen! Gut, dass du gesagt hast! Ah, hast du recht! Vielleicht geben wir dann noch irgendwie so Modis später! Ich bin wieder vergessen, wo ich hin muss! Wo wo ich hin? Ach, Krattenkammer! Boah, so eine Arena wäre sexy, ne? Boah! Und dann Crossplay! Ist eigentlich scheißegal! Die würden sich dumm und dämlich verdienen! Boah, ich muss einmal kurz was gucken! Scheiße! Was ist denn... Hab ich mir fast gedacht! Oh, das ist Kacke! Ich hätte nur zwei kaufen sollen! Aber egal! Bist mich du... Nein Bub, ich küss dich nicht! Erstens meldest du dich dafür zu wenig! Zweitens kommst du hier in den Chat rein, machst Welle! Stab der Hüter verließ! Ich musste mich verteidigen! Bei Godric's Herz! Äh, drittens! Bist du nicht mal sub? Nicht mal zwei Euro für'n Bruder von damals? Das habe ich oft genug gesehen! Aber Ruckwood höchstpersönlich! Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört! Ich bin froh, dass ich ihn stoppen konnte! Sie haben recht! Er hätte nicht aufgehört! Sie haben das Nötige getan! Sie haben das Nötige getan! Die Zauberergemeinschaft steht in ihrer Schuld! Danke, dass Sie das sagen, Professor! Ich bin bereit für das, was kommt! Also gut! Die Hüter warten schon! Ja, aber wo bleibt meine WhatsApp-Nachricht? Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert! Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte! Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war! Die Hortschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen! Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde, wie San, Neve, Charles und ich! Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht! Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen! Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten! Und keinen Schatten ohne Licht! Nur, weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht doch immer tun! Selbst die Umsichtigsten und Fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte! Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden! Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören? Oder zu kontrollieren? Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten! Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist! Unser Erbe liegt nun in ihrer Hand! Das hier muss der Weg zum Behältnis sein! Unter der Karte ist also nur mal ein versteckter Raum! Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden! Das werden wir jetzt gleich sehen! Keine Spoiler im Chat! Dann soll ich dich einhören, Junge Parajok! Ja! Finanzamt nimmt mein Geld! Zahnarztdienstlack! Alle ficken mich! Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindring von unten! Das hoffe ich auch! Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es! Achse Erdogan! Können Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja! Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald! Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind! Oh nein! Oh nein! Ich frage mich, ob Renrock hier ist! Geht mir! Oh nein! Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein! Junge ich zahl Steuern, bist du dumm, Alter? Ich mache das seit sechs Jahren hier! Jetzt wird krass! Psst! Ich bin nervös! Sie wurden wendet! Sie müssen in der Nähe drin. Ich bin ein Löwe! Wir sollten die aber nicht gef speedieren, beobachten! Die Geräte wird reMLM! Tri baraat nach oben wird. Masch долu ruft! Lennot! Das würde sich noch stärken! Philipp Versuch! Muhetto! Körschen. 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 wir müssen weiter dieser bohrer steht zwischen uns das ist jetzt mein gassi gehen sauber der fix das ist mein mann die 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 Es gibt Zeit, meine Freunde. Es gibt Zeit, meine Freunde. Ich glaube, ich habe den kaputt gemacht. Warum parken bei dir die Engmüse? Das hätte ich jetzt nicht einsetzen müssen, aber... Overkill geht es nicht. Es klappt. Weiter. Ach stimmt, das ist, weil die auf seiner Seite sind und da nicht angreifen. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor. Aber warum kann ich die nicht angreifen? Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen weitersuchen. Ah. LUMOS! Ab, Alter. Reveglio. Reveglio. Hören Sie? Noch mehr Kobolde. Ach. Ach. Ich werde mich verletzen. Cozio Arresto Momentum Accio Inzende Verwenden Verwenden Clasio Verwenden 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 Für wen hältst du dich? Diese Tunnel haben uns bisher wenig Glück gebracht. Wir kommen näher, Professor. Da lang. Revedio. Gott. Ach, du Scheiße. Oh, die helfen mir. Die ganzen Lehrer helfen mir. Sogar der Schulleiter. Wollen wir das so hießen? War nicht der Schulleiter. Nein, war das nicht der Black? Nee, das war der von Zauberland. Der Schaf. Absolut episch. Sie schafft es. Wow. Wow. Wir sind wieder mittendrin. Sie kommen genau rechtzeitig, Professor Hecker. Geht ihr ab, Alter. Geht ihr ab? Erreuen hier zu sein. Kofi. Arresto-Mometer! Boteco, Stufe, Empedio, Acheo, Versenkel, Nähe von Retro, Ihren Anhänger, Anklatio, Acheo, Empedio, Versenkel, und das vor all den Leeren. Ja, wo? Stimmt, vor all den Lehrern, ne? Oh, der ist sauer. Oh, das ist nicht gut. Oh nein. Oh Gott. Miss Suisse hat mich gerettet, ich wusste, dass sie mich liebt. Von Anfang an, die will nicht. Bye, have a beautiful time. Oh, gleich kommt der Endboss. Oh Gott. Na, die besiege ich easy. War das die schwierigste Stufe von dem Spiel? Gibt es so eine Extremstufe oder so? Okay. Okay. Oh Gott, wie episch. Die machen gar nichts. Das sind meine Freunde. Komfort gelogen. Ich fand, das war schon echt schwer, oder nicht? Ach, ist ja nicht so fett. Wir haben es geschafft. Beide Schutzkasten. Wir haben hier es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit hunderten von Jahren unter dem Schloss. Nächster Ren ohne Flüche. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam. George, ihr Freund Loskopf und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden. Aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Scheiße, der fragt mich, was ich mit der Energie machen will. Und die Dings, die Hüter haben mir gesagt, ich soll das weder mitnehmen, noch öffnen, noch sonst irgendwas. Aber du bist ein Bad. Ich bin Bad Boy? Ja, du hast doch gesagt, du bist böse. Ja, aber böse bedeutet ja nicht gleich, dass man dumm ist. Chat, was sagt ihr? Öffnen? Komm, jeder. Jeder würde es jetzt hier lassen. Aber zu welchem Preis öffnet man das? Öffnen. Mach auf den Bums. Mila, was sagst du? Mach auf den Bums. Sonst werde ich's tun. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht noch länger brach liegen. Nach allem, was sie gesehen haben... Kann ich mehr speichern. Was ist mit Isidoras Schicksal? Ich spähe die Macht für mich. Isidora verschwendete ihre Fähigkeit, um andere vor sich selbst zu retten. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was mit dieser... Meiner Macht geschieht. Das kann nicht ihr Ernst sein. Sie sollten doch von uns allen am besten wissen, was für Schmerz und Elend das bedeuten könnte. Oh Gott, ich glaube, das war ein Fehler, aber ich bin... Ja, da kommt er endlich. Er hat einen Zauberstab, der ist ein Kobold. Er hat einen Zauberstab, der hätte sie dem Behälter nur herausgegeben. Er darf kein Stabkrieger sein. Hätte all das nicht sein müssen. Törichte, richtig tuerische Hexe. Oh oh. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, mein Mann lieber auch... Oh nein. Das ist nicht gut. Ach du Scheiße. Der klingt wie ich, wenn ich die Treppe hochlaufe. Ach du Scheiße. Kobaul, das wird niemandem Rechen schaffen. Bruder, was habe ich getan? Er hat die Macht des Behältnisses. Deine bläbliche Magie ist meiner nicht gewachsen, Kind. Ich muss eine Verbindung zu diesen Spuren der Magie brechen. Aber man kann sich die nicht einfach... Okay, das bringt bei dem gar nichts. Ich weiß nicht. Aber auch dazu ist das nicht. Ich wollte sie sagen, ich kann nicht mehr vermeiden. Ach du das nicht. Das ist richtig. Ich habe etwas anderes in den letzten Jahren. Ich habe es entschieden. Ich habe es entschieden. Geh! 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 Es scheint noch ein Leben in mir zu stecken. Keine Sorge! Ich werde dich davon befreien! Auch mehr zu besließen! Protego, du Protego! Du hältst mich nicht auf! Achio! Achio! Wettbewerb! 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 Kostlingo! Kursio! Entschuldigung! A questo momento... ...Apada, pick out! Confrinto! Achio! Protego! Grazio! Achio! Constringo! Ah, wie kackt man! Der unterbricht ja da wohl nicht! Ah, wie kackt man! Der unterbricht ja da wohl nicht! Protego! Ja, wie kackt man! Grazio! Protego! Kursio! 12! Achio! Sanctio! Entferno! Schultzio! Hattigata! Kotringo! Sanctio! Protego! Kotringo! Ah! Halt! Du weißt nicht, was du da tust! Hier wird dieses Theater noch weitergehen! Du entkommst mir nicht, Branrock! Du weißt nicht, was du da tust! Du weißt nicht, was du da tust! Du weißt nicht, was du da tust! F***! F***! Kotringo! F***! Gutf***! Du weißt nicht, Noah! F***! F***! Entendu. Entendu. Cozio. Cozio. Arresto un momento. Accio. Cozio. Accio. Cozio. 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 Arresto un momento. Cozio. 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 Kompliko! Kompliko! Akion! Kompliko! Emporium! Kompliko! Kompliko! Das darf doch nicht sein! Du wirst sterben! Zauber, Vendron! Das Ende, Vendron! Ritz, du kannst mich aufhalten! Akion! Kompliko! Akion! Akion! Ich wünsche mir diese Macht! Niemals! Akion! Inzendium! Trotziel! Empirium! Oh Gott, oh Gott! Ich habe nur noch 3 Heidsenker! Inzendium! Der Zauber ist richtig Müll, den ich dabei habe! Ich habe nur noch ein paar Malen! Kursio! 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 Imperium, Crucifon, Defindus, Conflictus, Lazio, Another Pedato, Conflictus, Defindus, Lazio, Conflictus, Defindus, 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 Defindus Let's go, will they? Lazio! Oh, Dio! Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. 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 Gut. Gut, 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 gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Ich bin sprachlos. Ich bin ja seit 5-6 Jahren streaming. Ich habe immer nur GTA gespielt. Zwischendurch mal Red Dead Redemption. Auch die Story. Und It Takes Two. It Takes Two war absolut genial. Aber Hogwarts Legacy ebenso. Das waren 10 und dann 20. Also bei mir steht einmal Gifted 10 und nochmal Gifted 10. Crash Bang war dann 30. Ich wäre an dich, du geile Sua. Dankeschön. Danke natürlich an jeden für den Support. Komm, Ryder, Alter. So ein Kack-Game. Oh, krass, Bruder. So viele Leute kriegen gerade einen Zapp. Die sind alle schon am Pennen. Crash Bang, vielen lieben Dank nochmal für 10 Gifted Zapps. Absolut geiles Spiel. Ich habe schon lange kein Spiel mehr gespielt, was mich so gepackt hat. Ne, ich glaube, das geht auch allen so, die das spielen. Vor allem die Leute auch im Teamspeak hier. Ich sehe das ja. Die sind teilweise bis 300, 400 wach. Boah, ich habe Bomben von noch nie erlebt, dass die so ein Game besuchtet hat. Und Mila auch schon komplett durch. Ja gut, aber ich mache das ganz oft, ne. Also ich bin ja so ein Story... Ich überhaupt nicht eigentlich. Ich spiele die auch 30 Mal, spiele ich dasselbe Story-Game. Ich will nicht wissen, wie oft ich Kingdom Hearts alle Teile durchgespielt habe. Genauso wie Red Dead Redemption, GTA, Hogwarts Legacy werde ich mindestens viermal spielen. Absolut. Oh Gott, was... Ich weiß noch, als die Ankündigung kam und wir uns schon darauf gefreut haben. Und wir so Hype waren, dass wir selbst Gary Smod angeschmissen haben. Um Hogwarts-RP so ein bisschen... Einfach um das Schloss zu entdecken und so ein Shit. Und jetzt ist es gekommen. Es war kein Fehlkauf. Es hat nicht reingeschissen wie Cyberpunk am Anfang. Die Story ist genial. Das Spiel an sich, die Grafik, alles genial. Performance geht so. Da werden aber bestimmt noch Patches kommen. Das Kampfsystem ist ultra gut. Obwohl man da, glaube ich, noch in den Einstellungen ein paar Sachen verbessern könnte. Also man kann ein paar Sachen ändern. Ja, und jetzt sind wir Level. 31. Neun Level müssen wir noch machen. Dann noch die restlichen Aufträge. Viele Aufträge, ja. Deine Z-AGs. Musst du ja noch machen. Gute Nacht, Pyro. Danke, dass du hier was. Das Spiel hat super viel Potenzial. Also... Die haben ja auch den Twitch-Record geknackt. Was Zuschauer angeht. Die haben nicht mal Dings rausgegeben, soweit ich weiß. Die haben nicht mal irgendwelche Placements gemacht. So Werbung für das Spiel. Aber die Werbung war schon genug auf Twitter. Das war halt ein Schuss ins Knie. Also da werden oft... Also so ein Multiplayer zusammen in der Arena gehen. Gegen Mobwellen kämpfen und so ein Shit. Vielleicht auch zusammen rumfliegen und so wäre cool. Multiplayer wäre noch richtig sexy. Und DLCs, ne? Trimagisches Turnier. Quidditch. Wo war das nicht noch alles gibt? Wir haben gesehen, schon unten... Ähm... Da wo die Klassenräume sind. Unten im Keller sind noch ungenutzte Klassenräume. Das wird... Also ich bin ehrlich, Wolverine. Ich glaube, das wird vieles abräumen. Viele Preise. Und guck mal, genau sind wir... Hier sind wir gestartet. Vor fünf Tagen. Hier bin ich überall reingelaufen. Und hab sofort angefangen zu klauen. Wenn hier RP kommt, fass ich GTA auch nicht mehr an, Alter. Da kannst du mich sowas von vergessen. Okay. Auf jeden Fall, Alter. Allein die Atmos... Oh Gott, Alter. Wie weit kommt RP? Das dauert noch. Das wäre so schön, ne? Darfst du nicht vergessen. Die ersten Mods aus GTA kamen ja von 5M. Und das war einfach ein RIP aus GTA Online. Da gab es ja schon den... Den Sink und alles. Da wird der jetzt schon nostalgisch... Ey, ich spiel weiter, ne? Nur, damit ihr Bescheid wisst. Auch wenn wir mit der Hauptstory jetzt durch sind. Jetzt kommt ja gerade erstmal das Lustige so. Weil ich dumm bin. Die ganzen Rätseln und alles. Oh Gott, ich seh dich schon an einem Verzweifeln. Egal. Und Crash Bang, nochmal vielen lieben Dank für 10 giftige Zaps. Das Ende war absolut episch. Schade, dass Frick gestorben ist. Aber ich hatte eh keinen Bezug zu dem. Genau wie ich keinen Bezug zu Sebastian hatte. Ich hab nie was zu tun gehabt mit dem Typen. Du bist mein bester Freund. Ich weiß nicht. Dann hab ich noch nie was zu tun gehabt. Du sollst dich ficken gehen, Alter. Wie lange hast du gebraucht für Hauptstory? Kann ich nicht sagen. Weil ich zwischendurch mal immer wieder irgendwas gesammelt hab. Und Nebenaufgaben gemacht hab und so. Ich würd sagen, das sind so 30, 35 Stunden Hauptstory nur. Aber weitaus mehr, wenn du alles sammelst. Ich geh jetzt pennen. Schönen Abend. Crash Bang, schlaf gut und vielen lieben Dank für den Support, Mann. Dankeschön. Ich bin ein dümmster Zauberer. Ich würde mir am einfachsten fallen. Oh Gott. Ich bin hier schrocken. Ach, da ist das Mädchen-Ding, ne? Du kannst ja andersrum doch auch noch da rein. Nee, du kommst ja nicht rein. Das ist die Mädchen. Das darf ich da oben nicht hin. Wie lange gehst du da so? Es gibt doch noch einen anderen Eingang. Viel Spaß auf der Arbeit wohnen. Geh mal da an der Treppe gleich rechts. Ja, hier wirst du auch runterfallen. Achso. Ja, ja. Bei den Mädchen ist das nicht so. Ich freu mich schon, ja. Ich freu mich schon auf die Mod, damit ich hier bei den Mädchens reingucken darf. Oh Gott, der Spengenbruder. Das sind jetzt 50 gegiftete Subs. Vielen lieben Dank. Hier habe ich mein erstes Törtchen geklaut. Ich weiß noch. Ich weiß noch, es wird gestern gewesen. Durch den Gaunt-Jungen, da hat man selbst Potenzial in die Kammer zu kommen. Der ist ja ein Erbe Slytherins. Ja, aber der ist ja überhaupt gar nicht böse, ne? Also Null. Ich will ein bisschen draußen rumfliegen. Wir müssen zu Weasley noch. Ey, wir machen auf jeden Fall weiter. Jetzt kommt halt richtig Lustige. Diese ganzen Rätsel und so ein Shit. Es gibt noch NPCs, die Quests haben. Jaja, wie meinst du? Redest du mit mir? Jaja, es gibt noch andere, die halt Quests haben in der Welt. Jaja, diese Nebenquests und so. Alles. Wenn die für das Game noch guten weiteren Konter bringen, würde ich echt fett hoffen, dass die jetzt hier kommen. Kommt hundertprozentig. Quidditch Games und so. Da wird auch hundertprozentig das Trimagische Turnier kommen. Warum willst du nicht auf dein, äh, rumreiten? Auf mein was? Auf dein neues Reitier. Er hat einen Namen vergessen. Echt? Weil er nicht fliegen kann? Darauf rumrennen ist doch auch cool. Ah, da bist du ja. Oh Gott, oh Gott. Bester dümmster Beitrag aus Reddit. Hier ist der Grund, warum dies entweder nicht passieren wird oder wenn es passiert, wird es sofort heruntergefahren. Hogwarts Legacy ist ein Spiel, in dem sie ein Kind spielen, ein 15-jähriger Junge oder ein Mädchen. Der Charakterhersteller hat keine Option für Falten oder irgendwas, das darauf hindeuten könnte, dass er älter ist. Als begeisterter Rollenspieler und Serverbesitzer auf Red M kenne ich die Community sehr gut. Es gibt so viele Menschen, die über ihren Charakter... Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh Gott, Bruder. Ja, aber wenn es da solche kranken Leute gibt, die so nicht checken, dass Kinder sind. Wolverine schreibt jetzt schon, Red M, Omega Lul, Junge. Du kannst nicht einen Menschen auf diesem Planeten ernst nehmen, der einen Red M-Server besitzt, Alter. Junge, diese ganzen Red M-Redemption-Server kannst du so in der Pfeife smoken. Das ist genau wie 5M, Junge. Da gibt es vielleicht... 2? Weiß ich nicht. Vielleicht 2 Server oder so. Nicht mal NoPixel, Junge. NoPixel ist der größte Schmutz eigentlich. Vom RP her. Wenn wir das so aus deutscher Sicht sehen. Das geht ja online mit MMORPG-Elementen. Mit ein bisschen, mit RP-Character dann so. Die ihre Stimme verstellen und alles damit wahrt. Die Fresse halt, Junge. Außerdem ist das ein Singleplayer-Spiel. Was meinst du, wie schnell es hier für Mods gibt? Ne, ich will lieber mit meinem Besen fliegen. Außerdem sieht mein Charakter aus wie ein 40-jähriger Junge, der 17 mal sitzen geblieben ist. Was für Falten. Er macht sich Sorgen darum, dass in Hogwarts-LP gegrünscht wird. Hat er sich mal Gary's Mod reingezogen? Na ja, sie war immer weit besser, bis Cole meinte, so läuft's besser. NoPixel ist einfach nur ein Geschäft. Das ist eine Firma. Der Typ hat eine Firma. Der macht damit Geld. Der Charakter ist nicht 70, der sieht aus wie 40. Und wenn man sich die Map mal so anguckt. Da ist noch massig Platz für anderes Zeug. Guck mal hier. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das heißt doch schon alles hier. Oder man schaltet da. Oder das ist hier wegen... ...wegen anderen Häusern oder so ein Shit. Als ob die sich das denn gehen lassen. Das sind doch alles Kapitalisten, man. Die wollen nur Geld verdienen. Man könnte halt sogar eine Muggelwelt. Ja, man. Nach Los Angeles. Ein paar Muggel-Avada-Kedavran. Das Gute ist halt eine Zauberwelt. Du kannst hier mit Porta arbeiten. Alles, Alter. Du kannst überall landen. Ach, hier. Haben wir doch schon die ersten die Cringen. Entschuldigung. Ich stand hier zuerst. Ich glaube, ich rieche nicht gut. Ich glaube, ich rieche nicht gut. Ich war auch nur... Ja, ist okay, Alter. Stimmt. Wir brauchen noch so einen typischen Spot hier, Alter. Irgendwas cooles. Was ist denn hier? Hier wird doch schon... Gut. Es war nicht dunkel, aber egal. Der Oman. Ich habe heute nicht so viel Harry Potter geguckt, aber dein Erlebnis war Killer, bin mehr der Herr-der-Ringe-Fan. Ich liebe Herr-der-Ringe, muss ich ja auch sagen. Über alles, was mit Fantasy zu tun hat. Und Mila verflucht mich sogar manchmal dafür, weil ich auch immer so Fantasy-Filme gucken will. Genau wie Star Wars und so ein Shit. Hundert Mal. Und dann fangen wir immer bei der... Bei dem ersten Film an und dann geht es nicht weiter und dann fangen wir in drei Monaten wieder bei dem ersten Film an. Und dann geht es nicht weiter und in drei Monaten fangen wir dann wieder bei dem ersten Film an. Und überlegt mal, daran denke ich auch die ganze Zeit, das Spiel sieht schon echt krass aus, ne? Von der Grafik. Ich will nicht wissen, wie GTA 6 aussehen wird. Wenn das fertig ist. Oh, Mama Mia. Vor allem Rockstar hat noch nie enttäuscht. Noch nie. Oh Gott, GTA 6 wird sehr, sehr, sehr anders wird. Und ich glaube, das wird auch das nächste Spiel sein, was ich dann spielen werde. Obwohl, es kommt ja jetzt dieses Ding. Das haben die vorhin im Chat geschrieben, Mila. Ich glaube, das ist aber eher so dein Ding. Ja, ich glaube, deins wird es nicht sein. Es ist halt The Forest, zweiter Teil. Da unten rechts ist die Hütte, wo Snape getötet wird. Der Hof von der Schlange. So Nagini, oder wie die heißt. Ich höre schon wieder nix. Äh, wie hieß denn das? Forest, irgendwas? Guns of the Forest. Aber Reset ist nicht so krass für Spiele. Reset ist einfach nur so ein Filter. EMB wäre krass. GTA 6 Grafik, ballert ihr die Bienen weg? Da kann es von ausgehen. Tja, heute ist mal Sonntag. Auf jeden Fall heute nochmal. Super chilligen, super chillen Stream. Nehmen, Mission machen und so. Mission und leveln. Brauchst du nur ein Computer für? Glaube ich nicht. Es gibt auch, guck mal, selbst Mila hat so einen mittleren PC. Selbst die können Hogwarts ohne Probleme spielen. Einzige Problem, was ich habe, ist, dass mein Sound immer weg geht. Ich mich nur auf einem Kopf höre. Warte mal, ist denn hier? Reveo. Ich hasse abends nach Hause. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Mal einfach Lara Croft von 2001 im Spiel. Mein Vater lehrte mich, stets den Zauberstab bereit zu halten. Er war nach dem Wehrwolfbegriff einfach nie mehr derselbe. Viel Safttrank sollte man von den Jüngeren heutzutage fernhalten. Ich habe, glaube ich, noch nie 10 Stunden gesprimt. Man kann nicht von der Gesellschaft in Aufruhr gerät. Reveo. Also so, wie die sich bewegen, wenn die da reden, lästern die entweder oder schließen krassen Deal ab. Guck mal, hier ist auch eine Nebenquest. Überall, wir waren noch gar nicht in diesen kleinen Dörfern überall, ne? Das sieht so cool hier aus, Alter. Erstmal einbrechen. Ich muss die Bilder auf Nexus mal anschauen. Das ist was für ein Star Wars. Oh, ich habe eine Behausung gefunden, Mila. Alles für den Garten. Aber ich habe immer noch keine Bäume gefunden, so wie du. Da ist jetzt mein Hut drin. Gute Nacht, Don Bilbo. GTA 6 wird insane. Muss wir eben speichern. Und gespielt haben wir jetzt 37 Stunden. Nein, ich habe den Hut doch schon aufsleiht. Der wurde mir vorhin gedroppt. Also den habe ich aus einer Kiste. In Hogwarts. Das liebe ich ja auch so bei GTA 5 neben Singleplayer und so. Die ganze Ambiente, die NPCs und alles. Das war so viel Arbeit bestimmt. Aber, Fett. Es war mir eine Ehre, 10 Stunden für euch zu streamen. Mit Mila zusammen. Macht sehr viel Spaß. Wir machen morgen weiter. Wer bitte, dass man zu dem Wasserfall kommt. Aber so klar. Na klar, an Reach. Was denkst du denn? So, gehen wir das hier noch kaputt machen, was hier einer ganz lange aufgebaut hat. Wenn ich das jetzt treffen würde. War guter Stream. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Reveille. Das ist nichts Geheimes hinter. Das ist so ungewohnt, dass du so lange streamst. Aber da kannst du mal sehen, den Unterschied zwischen GTA und irgendwas, worauf ich richtig Bock habe. Ich meine, GTA RP macht immer Spaß. Aber da schreibst du halt deine eigene Story. Und da hast du halt nicht so viel tun. So, Chat. 10 verdammte Stunden, Alter. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns später wieder. Machen weiter. Dass ihr euch nicht anquatschen. Bleibt gesund. Nickenknutsche von Mila. Oh Gott. Bruder, du wolltest doch schlafen gehen, Alter. Du musst doch arbeiten. Ich glaube, es wird sich auch keiner für die Subs bedanken. Die pennen alle weg. Die sind alle weg. Die schlafen. Wir haben 4 Uhr nachts. Das ist vollbracht. Lumos. Egal. Dankeschön für die 10 Gifte Subs. Nochmal. 60 jetzt in Zusammenburg. Absolut wahnsinnig. Ich zähle jetzt bis 8. Dann sage ich nochmal Gute Nacht, weil sich das rhymt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gute Nacht, Chat. Vielen lieben Dank. Es ist 4 Uhr, ja. Bis später. Bleibt gesund. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, dann ein Duplo. Und dann mache ich aus. Bitte Nacht. Bye-bye. Couscous. Tschüss. Bye. 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 Ich grüße meinen Mutti. Bye. Bye. Tschüss. Und danke für den Support. Danke für den Support. Danke für alles. Danke für die Loser. Achso. Du bist so kacke, ne? Hör auf, die denken sowas, wirklich. Mit Costa dankeschön noch für den Rate. Gute Nacht, Chat. Bye-bye. Bye. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020